Herzlich willkommen bei Radio Hobbybruch, dem Podcast, wo zwei Typen komplett planlos über ihr Nerdleben quatschen. Wir sind Christian, Chefredakteur bei Brückenkopf Online und Autor bei Neverend Industry und Dennis, Content Creator vom YouTube-Kanal Deist. Christian. Dennis, es ist wieder soweit. Wie transparent wollen wir hier sein? Vielleicht die große Frage am Anfang, die nicht abgesprochen war. Sehr absolute Transparenz, weil wir ein absolut reines Gewissen haben. Hast du keine Katzen gequält oder Leute unterdrückt? Sowas von nicht. Doch, ich habe meine Katzen eine Woche lang hier zu Hause gelassen, während ich im Urlaub war, wohl wissend, dass der Lasslo sich um die gekümmert hat und sie sind in einem tadellosen Zustand zurückübergeben worden. Wie immer, wenn Lasslo sich um die kümmert. Na Mensch, aber wenn wir so transparent sind, Christian, dann alles Gute nachträglich zu deinem Geburtstag. Dankeschön. Dankeschön, dankeschön. Bei dir ist es ja auch noch nicht so lange her. Nö, ist jetzt auch drei Wochen her bei mir. Ja, ne? Ja, sind wir beide Frühlingskinder. Machen wir eine Geburtstagsfolge mit Kuchen. Yeah, stimmt eigentlich. Wir hätten mal Kuchen mitbringen sollen. Pass auf, lass uns doch in der nächsten Folge nachfeiern einfach. Ja, das machen wir. Dann werden wir in der 19. Folge einfach unsere Geburtstage nachfeiern. Feiern, nicht feuern. Sehr schön. Feiern könnte tatsächlich so ein bisschen Richtung Themen heute gehen, wenn ich so an unser Hauptthema denke. Ja. Aber wir wollen, bevor wir zu unserem Hauptthema kommen, was wir besprechen wollen, wollen wir ein kleines bisschen alle Leute reinholen, die noch nie zugehört haben und gar nicht wissen, was Radio Hobbybruch ist. Radio Hobbybruch ist im Endeffekt, ja, wir haben es im Intro schon gehört. Wir beide, Christian und ich. Wir sind Hobbyisten und zwar mögen wir Tabletop Games, wir mögen Miniaturnspiele, Brettspiele, Rollenspiele, Kartenspiele, Videogames, Filme, Musik, alles drum und dran. Wir sind also die Konsumentenkinder vom Herrn und werden hier ein bisschen über unseren ausschweifenden Konsum quatschen. Und das Magazin bzw. der Podcast heißt Radio Hobbybruch, weil wir vielleicht auch nicht unbedingt die klügsten Hobbyisten da draußen sind und uns häufiger mal etwas passiert, was nicht so cool ist. Der sogenannte Hobbybruch und der Hobbybruch der Folge. Ja. Und da frage ich dich, Christian, was war denn dein Hobbybruch? Ähm, mein Hobbybruch war tatsächlich mal wieder im Prinzip viel vom Gleichen. Ich war ja, wie schon gesagt, ich war anderthalb Wochen in Frankfurt unterwegs, hab da Freunde besucht. Wir waren auch eine Nacht lang mal campen in Verbindung mit einer kleinen Kanutour, wo wir tatsächlich keinen Regen hatten. Und ich hab natürlich, wenn ich sage, ich gehe etwas über eine Woche weg, dann nehme ich mir immer so ein bisschen was zu malen mit auch. Hab mir diesmal so mein kleines Case vollgepackt mit so halbfertigen Figuren, hab vorher so ein bisschen Farben zusammengesucht und hab das verzweifelt noch irgendwie ins Auto geparkt, weil das Auto war natürlich randvoll. Und am Ende des Tages ist es auch einfach so, wie es mitgenommen war, wieder nach Hause gekommen. Und ich hab's nicht einmal geöffnet. Das kommt mir so bekannt vor, man nimmt sich nur so viel vor. Ja, hätte mir den ganzen Quatsch sparen können. Ähm, also von Pinsel und meine Decontrasts zusammensuchen, von denen ich hoffe, dass ich sie für dieses Farbschema, was da an den Figuren dran ist, mal verwendet habe. Das war alles komplett für die Cuts. Ähm, also das Einzige, was ich gemacht hab, ist ein bisschen was mit Trading Cards. Dazu dann vielleicht später noch zwei Sätze. Oh, stimmt. Aber Hobbybruch war, ähm, viel Lärm um nichts, äh, kein Hobby für Christian. Oh, das ist sehr, sehr schade. Das ist schade. Und ich bin krank nach Hause gekommen. Ja, das hört man noch ein kleines bisschen, ne? Das ist auch der Grund, warum diese Folge von Radio Hobbybruch zwei Tage später rauskommt. Normalerweise erscheinen wir ja Dienstag alle zwei Wochen. Dieser wird jetzt an dem Donnerstag rauskommen. Und wir nehmen das jetzt einen Tag vorher, also am Mittwoch, auf. Ergo, ähm, ja, ist es aber so, dass du jetzt einigermaßen wieder auf dem Damm bist, dass du zumindest jetzt hier am Mikro sitzen kannst. Ja, ich schniefe und werde zwischendrin mal immer kurz das Mikro hier muten, um zu husten. Aber, ähm, es geht so ein bisschen voran. Das sind die Zuhörer, ja, ähm, ich würd mal sagen, gewohnt zumindest von mir mit dem Gehuste. Aber wenn wir gerade so ein bisschen uns um die Gesundheit scheren und ein bisschen, äh, die alten Männergeschichten rausholen, ich, äh, wir waren gestern, äh, auf dem Dreh, ich war gestern in Wacken, im Ort Wacken, äh, auf dem Dreh für unser, äh, Format für Magenta-Musik. Wir fahren ja einmal im Monat in den Ort, um zu gucken, was da passiert ist und haben uns mit dem Produktioner getroffen und haben da ein bisschen ein paar Bauarbeiten zugeschaut, weil da gerade Wege gebaut werden und waren halt mitten auf dem Feld. Und, äh, das werden gerade Roggen, die sind gerade in voller Pracht und, äh, ich habe ja eine, eins, nee, ich habe zwei Allergien, tatsächlich. Ich habe, ähm, ein Heuschnupfen und ich habe eine Allergie von, also Katzenallergie tatsächlich, wobei es ist ja Katzenspeichel und nicht die Haare. Ähm, das geht aber, das kommt auch immer auf die Katze drauf an, ist eigentlich gar nicht so wild. Viel schlimmer sind aber dann Gräser und ich hatte seit langer Zeit nicht mehr so einen krassen Heuschnupfenanfall wie gestern. Also, ich, ich, also, der Schnupfen ging eigentlich. Ich hatte einfach nur juckende Augen gehabt und dann saßen wir dann nach dem Dreh, wir waren halt mitten wirklich auf dem Feld und da waren natürlich überall Gräser, ist ja ganz klar. Ja, klar. Und seit Jahren hatte ich nicht mehr so einen starken Anfall. Dann saßen wir hinterher bei dem einzigen Dönerladen in Wacken. Es gibt, also, in Wacken gibt es ein einziges Restaurant, das ist der Dönermann. Und dann saßen wir da und ich merke plötzlich meine Augen so ganz komisch gehen nach nebenan auf Toilette, guck in den Spiegel und denkst du, wow, wer guckt mich denn da an? So richtig, richtig, richtig mega rot, fett aufgeschwollene Augen, wo dann so kleine Pupillen rausgeguckt haben, also richtig gruselig. Oh je, meine. Sind tatsächlich jetzt immer noch nicht ganz abgeschwollen, aber es wird besser. Ey, ist an sich gar nicht so schlimm, es ist nur nervig, ne? Also, es ist nicht so, dass ich viele anderen, andere Leute, die halt so krass Allergie haben, die dann wirklich tagelang aus dem Gefecht sind. Das war jetzt so nervig und dumm von mir, dass ich gejuckt habe und war natürlich dementsprechend am Abend dann auch erschöpft von der ganzen Geschichte. Aber das habe ich auch seit Jahren nicht mehr so krass gehabt. Heftig. Ja, ich habe das immer nur so ein bisschen leichter und ich habe inzwischen, also ich habe halt immer Zerterizin hier im Haus und so Augentropfen tatsächlich, wenn ich mal wieder was ins Auge kriege. Aber ich habe eine ganz dämliche Allergie. Ich habe auch irgendeinen Heuschnupfen und das vermischt sich immer mit allen möglichen anderen Sachen. Ich bin zum Beispiel gegen Karotten und Kartoffeln in rohem Zustand allergisch. Uh, Kreuzallergie oder? Irgendwas ist das. Also ich, wenn ich, ich koche ja viel hier und immer, wenn ich Karotten schäle, muss ich A, sehr viel niesen, was okay ist. Das Problem ist, wenn ich danach Hände wasche, muss ich trotzdem eine Weile lang aufpassen, nicht den hier zu machen und mir durchs Auge zu reiben, weil das sofort zuschwillt. Ich habe dafür dann eben direkt auch schon die Augentropfen hier, wenn ich mal wieder was ins Auge kriege. Das sind so ganz simple anti-allergische Augentropfen, aber die sind schon hilfreich, weil das Auge dann wirklich auch so aussieht wie bei dir. Ach krass. Also es sind gegen Kartoffeln und Karotten? Kartoffeln sind nicht so dramatisch, von denen muss ich nur niesen. Aber Karotten sind fies. Oh nein. Aber kannst du sie denn essen? Witzigerweise ja. Ich kann die essen. Ich merke auch da, also es ist nicht wie wenn ich einen Apfel esse oder eine Kirsche, wo ich einfach einen juckenden Mund danach habe. Das ist bei Karotten total wurscht. Sobald die verarbeitet sind, auch da reicht Salatsoße, spaßigerweise. Okay, aber du kannst keine Karotte so an der Hand mümmeln. Würde ich eher nicht machen. Auch um sie hinterher nicht an der Hand zu haben, weil das ist wirklich nervig. Das tut mir wirklich sehr leid, weil ich liebe Karotten. Ich esse sie eigentlich nie auf, weil man kauft ja Karotten nur wirklich in einzelnen, dann sind sie schnell weg. Oder es gibt sie nur in diesen Kilo-Packungen und da kommst du auch nicht hin. Ja, mich nervt eher, dass ich keine Kirschen essen kann. Weil Kirschen mag ich wirklich gerne. Da kann ich nur die aus dem Glas essen. Also frische Kirschen ist für mich so ein bisschen immer ein Glücksspiel, ob es an dem Tag gut läuft oder ob mir danach der Mund juckt wie doof. Oh, das ist ja total schade, weil gerade im Sommer jetzt hier Erdbeeren pflücken, Kirschen pflücken, Himbeeren pflücken. Ich bin ein Erdbeerkind. Erdbeeren gehen. Ja, da kann ich gleich ein bisschen Werbung machen. Wir waren am Wochenende bei Karls Erdbeerhof. Da gibt es ja mehrere hier in Norddeutschland. Das ist ja eine Kette, die dann ja auch so einen Erlebnishof drumherum machen. Irgendwie bei Rostock ist ja der Älteste, die haben einen richtigen Freizeitpark da aufgebaut. Wir waren aber irgendwo in der Nähe von Lübeck da und eigentlich wollten wir nur Erdbeeren pflücken, haben wir gesagt, ach komm, können wir auch zu Karls gehen. Schön auch Erdbeerbrot gekauft, eine Erdbeerwurst gegessen. Denn es ist so abartig, was es da alles gibt. Ja, die versetzen alles mit Erdbeeren. Also nicht alles. Du kannst auch Sachen ohne Erdbeeren essen, aber sie probieren es halt. Das Erdbeerbrot riecht eher nach Erdbeer, aber schmeckt wie ein ganz normales Boden. Sehr leckeres Brot tatsächlich. Es ist super weird. Macht aber schon Spaß, weil das alles ist irgendwie, du hast so ein bisschen eine Mischung aus Freizeitpark, so ein typisches US-amerikanisches kleines Kaufhaus, das sich aber nur um Erdbeerprodukte dreht, die auch direkt dort gebacken und gekocht werden und so weiter. Das heißt, du hast die ganze Zeit diesen Erdbeergeruch in der Nase und ich könnte da nicht arbeiten. Ich würde in einer Stunde durchdrehen, weil gekochte Erdbeeren den ganzen Tag um dich rum, das ist so intensiv. Boah, das geht gar nicht. Und das alles wirkt so eine Mischung aus wirklich amerikanisch, Freizeitpark und irgendwie hensärmlich. So eine ganz, ganz eine Mischung aus irgendwie unangenehm, aber doch sympathischem Mischung. Ja, nom, nom, nom. Ja, auf dem Erdbeerfeld waren wir auch, beziehungsweise die Kids waren da und die Familie, die wir besucht haben, da wurde dann auch mehrmals Erdbeermarmelade eingekocht, während wir da waren. Ja, der nächste Punkt wird für uns nicht mehr Erdbeeren sein, vielleicht gehen wir nochmal pflücken, aber hauptsächlich freuen wir uns schon auf Juli, wenn wir Himbeeren pflücken gehen. Ah, von euch ist es doch auch gar nicht so weit ins alte Land raus, ihr müsstet doch eigentlich auch in Äpfeln ertrinken dann im Herbst spätestens. Ist tatsächlich so, weil wir haben genau im alten Land, wir fahren ungefähr eine Stunde raus, also eigentlich die Luftlinie wäre es ungefähr nur eine halbe Stunde, aber weil man dann von uns aus durch den Hafen fahren muss, beziehungsweise das ganze Hafengelände und da fährst du eine Autoschleife nach der anderen, ist es knapp eine Stunde und wir haben tatsächlich eine Baumpatenschaft da, das heißt, dass wir einen gewissen Betrag bezahlen und dann im Herbst da zur Ernte gehen können und dann alle Äpfel mitnehmen können, die dieser kleine Baum trägt und wir holen da jedes Jahr zwischen 30 und 40 Kilo raus aus diesen kleinen Bäumchen an Elster-Äpfeln, die sind sehr lecker und aber dann, wir verschenken auch viele, weil du kommst dagegen nicht an, du hast ja auch nicht die Möglichkeit, die zu lagern, wie die Landwirte die Sachen zu lagern haben, also wir haben halt kein hermetisch abgeschlossenes Lager, wo wir dieses eine Gas einleiten, damit die Äpfel nicht faulen. Ja, kannst du im großen Stil Apfelmus einkochen. Genau, das heißt, nach ungefähr zwei Monaten sind da die Reste auf jeden Fall leider auch zum Wegwerfen, aber das ist mega cool. Ja, was schließen wir raus? Es ist Obst im Haus. Es ist immer Obst im Haus, genau, das ganze Jahr über. So, liebe Leute, wir sind vom Thema abgebrochen, das war sehr früh, das kam sehr früh, entschuldigt für diese alltäglichen Geschichten, wir sind ja hier um Hobbykram zu erzählen. Mein Hobbybruch hat tatsächlich mehr was mit dem Hobby zu tun und zwar wollte ich malen und zwar im Livestream. Letzte Woche, das heißt, die letzte Maiwoche habe ich im Livestream gemalt, das war auch ein cooler Livestream, wo ich auch mal versucht habe, so Grimdark zu bemalen, wirklich mal als Versuch, ich habe diesen Stream gesagt, komm, ich versuche mal Grimdark-Mahlstil irgendwie ausprobieren, komplett ergebnisoffen, nicht, dass ich wusste, wie es geht, sondern einfach mal gucken, dass man es schafft, weil ich auch diese neuen Villainy-Ink-Farben hier stehen habe, dass man einfach damit ein bisschen rumtestet, ein bisschen rummatschen mit den Warhammer-Barbaren-Figuren von Games Workshop, von denen wir ja auch mehrmals jetzt gesprochen haben in den letzten Monaten, die ja übrigens, wo ich die ganze Box zusammengebaut habe. Und während ich den ganzen Tisch vorbereite, da ist ja dann nicht nur der Maltisch, sondern auch meine ganze Streaming-Technik ist alles mit dabei, kam ich gegen meinen Mahlbecher und da kippte er um und das Wasser schwamm. Einmal über den Tisch rüber. Zum Glück nichts von der Technik heruntergegangen. Ja, das wäre das Beste. Ich mache es sauber, ich gehe raus, hole neues Wasser, stelle es wieder hin, alles trocken gemacht, sauber gemacht, nochmal raus, aber ich denke, ich brauche noch was zu trinken, geh nochmal raus, komm nochmal gegen... Gleich das zweite Mal. Ja, und dadurch verzögerte sich der Stream so ein paar Minuten der Start. Aber dein Schreibwisch ist sauber wie nie. Ähm, ja. Boah, Mahlwasser ist ja nie 100% sauber. Auch frisches und nutze ja immer den gleichen Mahlbecher. Oh Mann, ey. Naja, machst du nichts. Aber nichts, was man nicht komplett sauber kriegt. Nein, also der ist mittlerweile wieder sauber. Aber das ist kein Problem. Das war mein Hobbybruch in der Zeit. Und der war auch kacke. Nein, aber es ist alles gut gelaufen. Ja. Hast du denn dann was gemalt gekriegt? Ja. Im Anschluss wenigstens. Genau. Ich habe mich an eine barbaren Figur angesetzt. Die ist noch nicht ganz fertig, aber ich habe zwei Stunden gestreamt und die sind zwei Stunden gemalt. Und wenn du natürlich gerade viel mit diesen, ähm, mit Öl und Inamel- und Emaille-Farben halt arbeitest, wie so, Inamel- und Emaille ist ja das gleiche, nur in anderer Sprache, ähm, dann hast du natürlich lange Trocknungszeiten. Ja. Und dementsprechend habe ich in diesen zwei, zweieinhalb Stunden jetzt eine Figur so halbfertig gemacht. Details fielen tatsächlich noch und ich muss noch die Haare machen. Aber ich habe gedacht, ab einem gewissen Zeitpunkt, alles klar, ich mache schon mal die Base, um zu gucken, wie es wirkt für mich. Mhm. Und die Haut finde ich tatsächlich ziemlich cool, die wirkt schön dark und gritty. Ähm, auf die anderen Sachen, weil ich jetzt meine Barbaren, also ich meine, der Grimdark-Stil basiert ja auch darauf, dass alles wirklich komplett verranzt ist. Überall Rost und Blut. So wollte ich meine Barbaren aber ehrlich gesagt nicht machen, also weil ich denke, die Barbaren, wenn wir von der Hintergrundgeschichte da ausgehen, das sind halt Barbaren, deren Lebensinhalt ist das Kämpfen und dementsprechend würden sie natürlich ihre Waffen nicht verhorsten lassen, weil das ist ja das, was sie am Überleben hält. So eine gewisse Logik, ich meine, wir sind in einer Fantasy-Welt mit Magie, Dämonen, hast du nicht gesehen. Aber für mich ist das einfach so, wenn die Leute sagen, alles klar, das ist mein Arbeitswerkzeug, hauptsächlich, dann pflege ich das. Und dementsprechend käme es mir seltsam vor, die Rüstungen und Waffen viel zu übertrieben rostig zu machen. Ich bin jetzt auch kein großer Fan von Blutsplatter, aber da werde ich ein bisschen was drauf machen, um diesem Stil so ein bisschen entgegenzukommen. Weshalb dann der komplette Stil sich hauptsächlich bei mir wirklich auf die Kleidung und die Haut dann irgendwie orientiert und dadurch geht er ein bisschen verloren, ich gebe es ehrlich zu. Also, aber mir gefällt durchaus das Ergebnis, gerade weil ich auch relativ wenig Aufwand da reinstecke, weil ich halt eine ganze Armee damit bemalen möchte. Das heißt, du musst 60 bis 80 Figuren damit bemalen. Dementsprechend kannst du jetzt auch nicht den Zeitaufwand reinsetzen wie bei einer Einzelminiatur, die du für die Vitrine machst. Und genau, das habe ich dann gemacht und habe dann von Crowdcover eine Base benommen. Ich wusste immer nicht, wofür ich die benutzen wollte. Ich habe die mir auf der Taktik gekauft, habe mir diese Lava-Base von Crowdcover geholt. Das heißt, Schiefersteinchen mit einem leuchtroten Pigment, das ein bisschen an Lava erinnert. Und das habe ich runtergesetzt an die Figur und jetzt hast du eine sehr kontrastarme, sehr farblich gesättigte Figur mit einem sehr knalligen, rotleuchtenden Base. Und das ist ein ganz herter Kontrast. Das kann ganz cool aussehen, ja. Das stimmt. Ich weiß noch nicht, ob eventuell die Base den Fokus dann zu sehr von der Figur wegnimmt. Aber ich glaube, das ist wieder so ein typisches Ding, das muss in einer Armee wirken. Ja, ich glaube auch. Das würde ich mal abwarten. Genau. Und sollte ich die Armee wirklich fertig bekommen, dann gehe ich nämlich das nächste Projekt davon an. Ich wollte nämlich immer schon mal eine Chaos-Wüsten-Spielplatte machen. Ich habe extra schon ganz viel Gelände dafür und auch Sachen von, ganz ekelhafte, miese Sachen von Bestiarium-Managers an Gelände gedruckt. Und, also vor langer Zeit schon. Und dann würde ich das dann halt angehen und dann in diesem Stil, da würde ich mir wahrscheinlich auch so eine Lava-Matte dann irgendwie dazu kaufen. Ja, cool. Und damit das dann alles passt, ja. Und darauf stellst du dann eine Rhabarberbar für deine Barbaren. Kannst du bitte damit aufhören? Du traumatisierst mich auch. Aber das kann ich dir leider, das kann ich dir öffentlich nicht erzählen. Das kann ich dir gerne erzählen nach dem Abschluss hier, wenn die Aufzeichnung durch ist. Sehr schön. Da muss ich eine Triggerwarnung das nächste Mal davor setzen. Kein Problem. Ja, absolut kein Problem. Ja, und dann, heute Abend ist ja auch wieder Livestream bei mir. Also wenn ihr es gehört habt, das ist ein Gästchen, ihr könnt euch das dann ja anhören. Und ich habe mir gedacht, der Livestream, ein richtig live malen will ich noch nicht machen. Das muss ich mal planen, muss ich mit dir nochmal reden, weil du auch Zeit und Bock hast. Aber so ein Einzelstream, der ein bisschen unaufwendiger ist, wo ich da wieder ein paar Sachen mal, da möchte ich nicht weitermahlen. Ich würde diesen Stream tatsächlich unter den Titel setzen, Get Things Done. Und wirklich mal Figuren, die seit langer Zeit kurz vor Fertigstellung sind, aber seit daher lagern, heute Abend einfach fertig machen. Wie zum Beispiel meine Summoners-Figuren, die komplett fertig bemalt sind, aber die Base einfach fehlt. Cool, nice. Dann würde ich heute Abend einfach die dann alle basen. Oder ich würde dann meine, mal gucken, ob ich dann meine Short Trooper endlich mal final fertig bekomme für Star Wars Legion. Ja, das lohnt sich, das klingt doch gut. Ja, genau. Also das ist so der Hobbyplan, was das anging, die letzten Wochen zumindest im Tabletop-Bereich. Bei dir war ja gar nichts aufgrund des Urlaubes, ne? Ja, es ist ein bisschen. Also ich habe noch einen Hobbybruch verschwiegen, so einen kleinen. Ich hatte ja angekündigt eigentlich, dass ich für Spearhead, für die neue Age of Sigma-Edition, was machen möchte. Und zwar, dass ich da eigentlich vorhatte, meine Echsenmenschen-Gussrahmen mal rauszusuchen und die zusammenzubauen, weil ich felsenfest davon überzeugt war, ich habe hier ziemlich genau diese Spearhead-Box liegen. Überraschung habe ich nicht. Ich habe zwar sehr viele Echsen-Menschen-Gussrahmen, aber mir fehlt, ich habe aus der Spearhead-Box tatsächlich nur die Saurus-Krieger. Ich habe weder den Carnifex noch, ich weiß inzwischen auch, nee, Carnifex, Carnosaurus, Carnifex ist das andere Ding. Ich habe den Carnosaurus nicht mehr, der da drin ist. Den habe ich tatsächlich, ich erinnere mich jetzt auch, dass ich den weitergegeben habe. Und ich habe auch die Koksigore nicht mehr. Das ärgert mich jetzt so ein kleines bisschen. Ich habe nämlich stattdessen sehr viel Seraphon-Kavallerie hier. Ich habe diese kleinen Raptoren-Reiter, habe ich zweimal. Den großen Chef auf seinem Raptor, auf seinem größeren habe ich. Und ansonsten den, wie heißt er, den Slan-Magier-Priester habe ich noch. Ja, macht ihr da aber keine Sorgen. Warte mal ab, bis die neue Edition rauskommt und dann das erste Armee-Buch rauskommen wird. Dann kommen ja mit jedem neuen Armee-Buch, kommen dann ja auch die neuen Spearhead-Boxen raus, wenn es so ist, wie es bei 40K mit der V... Oh, ich vergesse immer, wie es heißt bei 40K. Comet Patrol. Comet Patrol ist, weil jeder neue Kodex bekommt ja auch eine neue Comet Patrol. Und die neuen Comet Patrols sind ja alle immer beschissener als die vorherigen. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Aber das ist tatsächlich, die werden inhaltlich kleiner, aber teurer. Ja, das macht's. Ja, ich muss mal abwarten. Von daher, ich habe schon Bock, die zu machen. Aber meine Motivation ist jetzt ein bisschen runtergegangen, weil ich sie nicht direkt nach Spearhead spielen könnte. Und ich möchte für Age of Sigmar, wenn ich was mache, erstmal was machen, was in die Richtung Spearhead geht. Ja, verantwortlichbar. Deshalb würde ich jetzt erstmal warten, ob wir die neue Grundbox kriegen. Und da dann werde ich mir vielleicht die Stormcast mal vornehmen und auch die so ein bisschen gritty und dunkel machen. Ein bisschen auch wieder mit Ölwashes und so. Aber ja. Von daher, der Plan hat jetzt erstmal gelitten. Ja, das habe ich mir jetzt tatsächlich auch vorgenommen, dass ich die Stormcast jetzt endlich auch mal machen möchte. Auch die, die ich schon habe, dass ich die dann mal angehe. Aber dann würde es wahrscheinlich auch eher Richtung, also von der Größenordnung, ob ich sie jemals spielen würde, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich von der Größenordnung eher Richtung Spearhead gehen, weil für ganze Armeen, ich sehe es einfach bei mir, ich komme nicht dazu, ganze Armeen fertig zu kriegen. Ja, genau, das ist bei mir auch so. Und genau, was ich dann in den letzten zwei Wochen gemacht habe, ist, ich habe mir mal unsere Star Wars Unlimited Karten vorgenommen. Oder vielmehr meinen Teil der Star Wars Unlimited Karten. Ich habe das Deck eingetütet, was war der schnelle Teil. Und dann habe ich mal alle Karten, die sonst noch aus diesem halben Display rauskamen, in einen Ordner sortiert. Und danach tatsächlich mal versucht, so ein bisschen ein Deck zu bauen. Weil ich habe gedacht, oh, das sind ja echt viele Karten, die ich jetzt hier übrig habe. Mit denen kann man doch bestimmt was machen. Und habe mal geguckt, was es so gibt, was man so machen kann. Habe mal geschaut, was so ein bisschen Meta ist, was man, also zumindest mal Tipps geholt. Und habe am Ende des Tages doch einfach mal ein Admiral Thrawn Deck versucht zu bauen. Was überhaupt nicht sinnvoll groß ist am Ende des Tages. Weil ich glaube, es ist einfach nur, man merkt schon, ich habe am Anfang zwar geguckt, okay, ich habe Thrawn, ich habe die und die und die Karten in den Farben, die da passen. Die finde ich cool, die möchte ich reinnehmen. Und ich habe dann sehr schnell gemerkt, ich habe eigentlich gar nicht mal so viele Karten, wie ich dachte. Weil ich, um auf die Mindestanzahl von diesen 50 Karten zu kommen, musste ich langsam, aber sicher auch einfach alles reinnehmen. Also ich habe einfach von Blau, was ist der? Der ist, glaube ich, Blau, Gelb und Schwarz ist das Deck dann. Und drei Farben hast du ja sowieso meistens drin, ne? Zwei Farben geben, gibt der Commander an, eine dann die Basis. Genau, und dann eine die Basis. Und du kannst bei der Base natürlich auch eine Farbe nehmen, die dein Commander schon hat. Das ist manchmal sinnvoll, weil es zum Beispiel rote Karten gibt, die zwei rote Symbole haben. Und genau, für die brauchst du dann theoretisch eine Base, die mit deinem Commander matcht. Und ich habe jetzt hier ein dreifarbiges gespielt. Also ich glaube, dieses Blau geht so ein bisschen in Richtung List und Kontrolle. Also generell so ein bisschen in Richtung Kontrolle und Strategie. Gelb ist so ein bisschen, boah, was ist, verschlagen, listig. Hans Solo ist ein klassischer Gelber. Also ich kenne die genauen Begriffe gerade nicht auswendig. Und dann gibt es noch Schwarz. Schwarz ist halt böse. Also quasi ist das im, also alle imperialen, also du hast immer zum Beispiel was bei Blau Karten, die sind Blau-Schwarz, das sind dann eher die imperialen Karten. Und Blau-Weiß, das sind dann die Rebellen-Karten. Ja. Und ja. Dementsprechend ist mein Deck am Ende jetzt fertig geworden. Es ist auch spielbar. Ähm, aber es gehorcht überhaupt keiner wirklich folgenden Strategie mehr. Weil ich am Ende des Tages fast alles reingeschmissen habe, was ich hatte, weil ich sonst die Zahl einfach nicht hingekriegt hätte. Mhm. Und schon ist mal wieder in diesem Struggle, kaufe ich mir irgendwann, wenn es die mal wieder gibt, nochmal was hinterher. Ja, jetzt haben wir ja natürlich jeder von uns ein halbes Display. Und ich habe mir das auch festgestellt, so ein halbes Display von sich aus, daraus ein vernünftiges Deck zu bauen, ist jetzt nicht so ... Und es wird schwierig, sagen wir es mal. Es wird schwierig. Was wir aber auch haben, sind natürlich die Zwei-Spieler-Starter-Set gewesen, wo jeder von uns ein Starter-Deck hat. Und ich glaube, das wird mein Weg sein. Ich würde erst mal ehrlich gesagt ein Spiel gerne mit dem normalen Starter-Deck machen. Ja. Um sowieso mehr in die Mechaniken reinzukommen. Natürlich kann ich in der Theorie das Spiel, und in der Theorie weiß ich auch, was die Karten können. Aber wenn du sie in der Praxis dann in Kombination mit anderen Karten und dem eigentlichen Spielflau hast, dann ... Du brauchst aber Spielpraxis, um sie besser zu verstehen. Ja, denke ich auch. Und dann würde ich die Karten nutzen, um mein jetziges Deck dann zu erweitern. Und dadurch hat man natürlich unfassbar viele Möglichkeiten. Ja, indem man auch Sachen einfach rausnimmt oder Sachen dann reinnimmt, dafür ... Genau, genau. Und dann haben wir natürlich jetzt mit den Karten, die wir jetzt haben, schon eine ganze Menge Möglichkeiten. Ja, das stimmt. Indem man zum Beispiel da einen anderen Commander nimmt oder sowieso mal bessere Einheiten mit reinnimmt, hier und da. Also da bin ich, ehrlich gesagt, auf mein erstes Spiel so richtig gespannt. Ja, ich auch. Ich hoffe mal, dass wir wollten ja mal online mal ein bisschen gehen oder zocken, ne? Genau, lass uns das mal anpeilen. Weil ich bin tatsächlich neugierig. Ich hab mir die Regeln jetzt ja auch mal durchgelesen ein paar Mal, hab mal so ein paar Videos dazu auch angeschaut. Und ich bin ehrlich tatsächlich, muss ich das zugeben, so ein bisschen skeptisch, ob der Regeln. Weil die mir an ein, zwei Stellen sehr basic vorkommen. Also ich find ein paar Sachen, die ich, weil ich ja von Magic komme, es gibt ein paar Sachen, die mich stören, tatsächlich. Oh. Wenn man jetzt, also grob, also der Rundenablauf funktioniert ja anders, deshalb muss man das, was ich hier sag, alles so mit ein bisschen Salt nehmen. Weil zum Beispiel, du hast ja, es sind ja im Prinzip in einem Spielzug bei Unlimited beide Spieler gleichzeitig dran. Und wechseln sich mit Aktionen halt ab. Du machst immer nur eine Aktion, dann ist der Gegner dran mit einer Aktion, dann bist du wieder dran mit einer Aktion. Und es ist nicht so wie bei Magic, dass du einen großen Zug hast, wo du machst, ich mach das, 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 das und das. Und irgendwann bist du fertig, hast deine Angriffe gemacht, der Gegner hat eventuell reagiert und dann ist der Gegner dran. Ja. Das findet hier ja nicht statt. Das heißt, das wird das Spiel schon deutlich verändern im Vergleich zu Magic. Was mir aber aufgefallen ist und was ich so ein bisschen näh finde, ist, dass du als Spieler, als passiver Spieler, keine Möglichkeit hast, wirklich auf Aktion, auf Angriffe zu reagieren. Was mir extrem fehlt, ist die Möglichkeit, einen Verteidiger zu deklarieren. Weil, wenn ich angreife, dann deklariere ich einen Angreifer und sag, was der angreift. Greift der eine Einheit an oder greift der die Base direkt an? Und dass ich als Verteidiger keine Möglichkeit habe zu sagen, ich schmeiße da meinen noch nicht getappten Verteidiger in derselben Zone dagegen und stelle den in den Weg, das ärgert, das fühlt sich für mich erstmal strange an. Ich weiß, dass das nicht so ein Drama ist wie bei Magic, wo du so einen Massenangriff fahren kannst, letzten Endes, mit 20 Einheiten gleichzeitig. Das geht ja nicht. Ich kann ja hier immer nur mit einer angreifen oder manchmal mit zwei. Wenn es die Fähigkeit gibt, aktiviere direkt danach noch eine weitere Einheit für einen Angriff. Leia hat das zum Beispiel. Exakt, ja. Ja, aber deshalb ist das nicht ganz so dramatisch, aber du brauchst letzten Endes, wenn du das verhindern willst, dass jemand deine Base direkt angreift, brauchst du eine Sentinel, also eine Wachposteneinheit mit dieser Sonderregel. Dann kann man nur diese Sentinel-Einheit angreifen. Und das ist okay, aber man merkt, dass es in der aktuellen ersten Edition, die ja noch nicht so viele Karten hat, dass da noch Karten mit Sonderregeln fehlen einfach. Es gibt relativ wenige Sentinel-Einheiten und insgesamt ist es, man merkt, das Spiel ist noch sehr am Anfang. Die zweite Box, die zweite Edition ist ja jetzt angekündigt. Erstmal, wir hatten angekündigt. Es wird jetzt, glaube ich, im Sommer auch kommen, Sommer oder Herbst. Genau, das werden dann diese Schurken und Vergessenen, also da werden dann das Verbrechersyndikat und Darth Maul und so diese Truppen werden da drin erscheinen. Und im Dezember, glaube ich, ist ein Reprint der ersten Reihe wieder angekündigt. Also dass es dann eben wieder die Grund, die erste Edition quasi oder die Grundauflage geben wird. Ja, also ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Im Moment ist mir so ein bisschen aufgefallen an ein, zwei Stellen, du hast relativ wenig Sonderregeln an ein, zwei Stellen und ich weiß, ich bin mir relativ sicher, dass das Spiel noch nicht die Tiefe hat, die es mal haben wird, wenn es noch weiterentwickelt worden ist. Was ja aber auch völlig normal ist. Es ist ganz am Anfang, das ist leider immer so der Fall. Mich hat es sehr stark ein bisschen von den Spielmechaniken damals an Locarno erinnert. Also die haben schon sehr, also es gibt schon Parallelen dazu. Was ich eigentlich gar nicht schlecht fand, weil Locarno mochte ich ja aufgrund der sehr geringen Regeln eigentlich ganz gern. Für mich der jemand, der dann sagt, alles klar, ich würde auch gerne mal zwischendurch einfach mal ein Spiel spielen. Natürlich ist es auch so, dass dieses Spiel wahrscheinlich auch viel tiefer hat. Man wird es sehen müssen. Also ich war auch sehr skeptisch und ich hatte ja auch das erste Spiel damals auf der Spiel gemacht. Das Spiel auf der Spiel oder die ersten Spiele. Und da wurde ich alle drei Spiele hart abgezogen. Also. Ja, aber alles wie immer. Ich bin offensichtlich nicht mehr im Trading-Cut-Game drin, dass ich da strategische Möglichkeiten wirklich verstehe. Ich muss es erst wieder komplett lernen. Ja. Ja, lass uns mal tatsächlich versuchen, dieses Online-Spiel zu machen. Was ich witzig fand, war, dass Locarno jetzt gerade bei uns hier auf der Landesgartenschau verkauft wird. Wir haben ja hier in Wangen gerade die Landesgartenschau. Und da gibt es unter anderem auch einen Ravensburger Verkaufsstand, weil die ja hier direkt ums Eck sind. Und da wird Locarno verkauft. Und da gibt es ja jetzt auch gerade eine neue, diese Ursula-Erweiterung quasi. Wo du eine neue Spielmode kriegst. Wo du unter anderem auch ein Solo-Play hast. Wo du als ein Spieler oder mit mehreren zusammen gegen Ursula und ihre Legionen spielen kannst. Ich habe es noch nicht ganz reingelesen, hatte das aber gesehen, dass Asmodee das angekündigt hatten. Dass du quasi, ja, Asmodee als Vertrieber war, glaube ich, oder? Ich hatte es, glaube ich, auf dem Asmodee-Ding gelesen. Das hatte mich irritiert, oder? Ich folge nämlich Ravensburger nicht. Aber Asmodee ist mit Davos Locarno eigentlich Konkurrenz zu Ravensburger. Okay, weird. Ich müsste mal raussuchen, wo ich das gelesen hatte. Ich hatte es auf jeden Fall auf irgendeinem Instagram-Account gesehen. Vielleicht auch Locarno direkt. Oder ich kann mich ja auch erinnern. Aber ich bin der Meinung, dass die unabhängig von Asmodee sind, die Ravensburger. Ja, gut möglich. Sind ja eigentlich auch Konkurrenten, ne? Ja, genau. Oder Mitbewerber heißt es ja so schön. Ja, genau. Ja, aber das hatte ich gelesen. Das fand ich erst mal spannend. Aber interessant. Also, du hattest mir ein Foto geschickt davon, dass du die Karten in einen Ordner einsortiert hattest. Ja. Und da habe ich mir gedacht, ja, eigentlich voll klug. Sollte ich vielleicht auch mal machen. Da habe ich geguckt. Ja, ich habe noch einen alten Ordner, lustigerweise. Der ist aber voll meine alten Magic-Karten, die ich zwar seit Jahren nicht mehr gespielt habe. Aber mir auch denke, ach nee, loswerden will ich sie jetzt auch nicht. Und dann bin ich dann auch kurzerhand los und habe mir auch einen Ordner gekauft. Und habe meine Karten, also sehr schmucklos, also da muss ich jetzt auch nicht so viel Geld ausgeben. Und habe da dann meine Karten jetzt einfach reinsortiert. Damit sind sie jetzt sehr viel schöner wegzupacken. Und auch, es ist auch übersichtlicher, die Karten so einsortiert zu sehen. Und sie fliegen nicht durch die Gegend. Das ist ganz gut. Ja, also man muss sie witzigerweise recht wild durchsortieren, wenn man das tatsächlich voll sich geben will. Weil man hat halt die vier, also diese Basisfarben, vier Grundfarben. Und dann, die sind halt inhaltlich nochmal jeweils unterteilt in drei Subkapitel quasi. Und zwar nämlich in, zum Beispiel im Beispiel Rot. Du hast Rot-Schwarz, Rot-Weiß und Rot einfach nur. Also ohne Subfarbe. Und da bist du dann schon recht am Sortieren dran. Ja, ja, ich habe es so gemacht. Ich habe zuerst die vier Einzelfarben gemacht. Und dann habe ich die wild durcheinander, die Kombination genommen. Also alle Rot-Schwarzen, alle Blau-Weißen zusammen. Weil ich da auch gesehen habe, dass irgendwie eine vernünftige Sortierung innerhalb einer Farbe gibt es nicht. Weil die da ja auch wild gemischt werden. Es gibt ja nicht nur Rot-Schwarz. Es gibt ja auch Rot-Was gibt es da noch? Rot-Irgendwas. Also es gibt ja wirklich unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten. Und ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich irgendwann Kombinationsmöglichkeiten mit allem geben wird. Ja, ich erinnere mich an die eine Magic-Edition, mit der es damals diese mehrfarbigen Karten ganz stark losgingen. Also inzwischen ist das natürlich Standard. Aber es gab auch damals diese Gilden, diese verschiedenen Gilden. War das Ravnica? Da war ich, glaube ich, gar nicht mehr dabei. Ja, wo es dann diese verschiedenen Gilden gab, die alle eine Farbkombination dann waren. Also ich weiß, Azorius war, glaube ich, zum Beispiel blau-weiß. Aber ich bin da auch nicht mehr tief genug drin. Ich habe die auch nicht mehr auf dem Schirm alle. Aber das weiß ich noch, dass das bei Magic auch mal gab. Ja, ich habe Magic damals gespielt zu Zeiten von Ice Age. Das war lange vor meiner Zeit. Ja, das ist mir seit der 90er, glaube ich, gewesen. Ja. Das war die Zeit, wo ich Magic gespielt habe. Und es gab da schon ein paar doppelfarbige Karten. Ja, ja. Aber eher weniger. Klar, die gab es immer. Nee, ich bin Magic eingestiegen mit der Zehnten. Und danach so Law Win, der Kram, das war meins. Und dann bin ich auch irgendwann sehr schnell wieder raus. Aber na ja. Aber na ja. Dann kann ich dir noch erzählen, dass ich auch ein kleines bisschen Hobby noch hatte, was ich total vergessen habe zu erwähnen. Ich hatte Ende letzter Woche die Genesis gespielt. Die Genesis Clan Wars. Da kommt heute, also wenn ihr das jetzt ab morgen hört, ab gestern gibt es ein Preview-Video von mir, weil bis Freitag geht die Crowdfunding-Kampagne auf GameFound ja noch. Und da wollte ich auf jeden Fall noch ein Video rausbringen, bevor die Kampagne abläuft. Einfach damit die Leute nochmal eine Möglichkeit haben, zu bewerten, ob das was für sie ist oder nicht. Und genau, das haben wir einen Abend zu dritt gespielt. Das Feedback davon gibt es dann bei mir auf jeden Fall in dem Video. Ich kann nur durchaus sagen, Freunde von Starquest könnten Freude haben. Hm. Ja, also wirklich, die zieht jetzt Starquest so von den Spielmechaniken her. Also das ist natürlich jetzt nicht wie Starquest, dass du da Space Marines oder GSG-19-Kämpfer hast. Fertig. Aber es gibt Spielmechaniken, die mich dann doch daran so ein kleines bisschen erinnern. Also zumindest wie so der Gegenspieler agiert. Cool. Das ist ganz cool. Ja, die Genesis fand ich immer von der Optik ganz cool. Ich weiß, dass es damals, als es den Tame Top Insider noch gab, auch war das im Mephisto, dem Schwestermagazin, immer mal wieder Thema, die Genesis. Ich kannte das gar nicht, die Marke. Das ist ja eine Rollenspielmarke, oder? Ja. Und das ist ja auch so eine postapokalyptische Welt, so ein bisschen Mad Max-artig, nur ohne Fahrzeuge. Ja. Und alles, glaube ich, nur mal härter und brutaler. Ja, ich habe mich nie so ganz reingelesen, weil es nicht ganz mein Setting war. Aber ja, es ist ein relativ wildes Setting gewesen, glaube ich. Ja, ja. Hat hier und da ein paar Anleihen, finde ich, auch an Warhammer 40.000. Also vom Design her. Kannte ich vorher also gar nicht. Und bin jetzt mit dem Redspiel-Prototypen das erste Mal damit in Kontakt gekommen. Und ich glaube, hätte ich Furiosa vorher nicht gesehen, hätte ich da jetzt auch nicht so das verstärkte Interesse dran gehabt, da mal reinzugucken. Ja. Aber das ist für mich eines der Spiele, dass man, was bei mir die Interesse geweckt hat, nachdem ich es angespielt habe. Also so von der reinen Aufmachung von dem Szenario lässt es mich relativ kalt, ehrlich gesagt. Die Miniaturen auch sind zwar cool, aber diese Endzeit-Geschichte ist jetzt nichts, was mich groß, oder Postapokalypse ist jetzt nichts, was mich groß irgendwie total triggert. Ich glaube, es gibt nur eine Sache, die mich noch kälter lässt, und das ist wahrscheinlich Steampunk. Wobei ich bei Steampunk eigentlich die Designs cool finde. Ja, ich weiß nicht. Das sind eigentlich beides coole Szenarien, aber irgendwie führen die bei mir nie dazu, dass ich einen Kaufreiz habe. Nee, tatsächlich geht mir das ähnlich. Also Steampunk finde ich immer okay, aber es rockt mich jetzt auch nicht. Also ich finde zum Beispiel Cyberpunk deutlich cooler. Ja, total. Da gibt es Settings, die mich viel mehr abholen. So was von. Naja. Also ich glaube, gibt es im Blade Runner-Universum eigentlich ein Rollenspiel? Würde mich wundern, wenn nicht. Mich irritiert immer noch, dass es im Deus Ex-Universum nichts gibt. Da wird ja auch nie wieder was kommen. Ha, 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 ha. Salz in die Wunde. Ja. Weil zum Beispiel, ich habe mit Shadowrun immer so ein bisschen ein Thema gehabt. Mir war in Shadowrun immer zu viel Fantasy drin. Ja. Ja, kann ich verstehen. Und ich, wenn es, also es gibt garantiert irgendwie einen Shadowrun-Ableger-Spinoff, wo halt das Ganze eher so ein Hard-Cyberpunk dann ist, was sich auf die, was quasi diesen Fantasy-Aspekt so ein bisschen außen vor lässt. Bin ich mir fast sicher, dass das irgendwo gibt. Aber ich weiß, das hat mich so ein bisschen gestört. Das fing bei den Fantasy-Völkern an und ging mit der Magie weiter. Also, ich habe da so ein bisschen, da stoße ich jetzt vielleicht ein paar, weiß ich nicht, es ist ja keine Ahnung, Leute, es ist ja trotzdem ein gutes, erfolgreiches Setting. Aber das hat mich immer so ein bisschen abgeschreckt, weil ich sagte, das brauche ich einfach nicht. Wenn ich Cyberpunk spielen will, will ich Cyberpunk spielen. Und brauche nicht zwingend irgendeinen Troll-Magier, der da zwischendrin rumhopst. Kann ich nachvollziehen. Aber es gab ja auch, also Cyberpunk war es ja auch auf dem Rollenspiel. Das hast du nie gespielt? Nee. Ich habe generell sehr, sehr wenig Pen & Paper nur gespielt. Und wenn, dann tatsächlich immer nur klassisches Fantasy. Nee, einmal habe ich Star Wars gespielt eine Weile. Oh. Tatsächlich, ja. Cool. Ich muss mal überlegen. Eigentlich wirklich hauptsächlich DSA und D&D. Und Shadowrun eine Zeit lang tatsächlich auch gespielt. Nee, bei uns war es, wir haben D&D gespielt eine Weile lang. Wir haben ein eigenes gespielt, was ich auch eine Weile lang gemeistert habe. Geheimnis von Grüner. Das war recht cool. Das war so ein etwas narrativer-lastiges Fantasy-Spiel, wo der Spielleiter viele Probenschwierigkeiten einfach auch entwickelt hat und wo du weniger mit Tabellen gearbeitet hast, sondern eher so auch mit weniger Werten und Modifikatoren. Sondern der Spielleiter war halt dann gefragt, auf Basis der Werte, die du hast, und der Umstände einfach und der tatsächlichen Spielweise der Spieler, zu sagen, wie ihre Erfolgsaussichten gerade sind. Das war ganz cool. Und wir haben Star Wars gespielt eine Weile. Da habe ich einen Java-Mechaniker gespielt, das weiß ich noch. Und irgendwann haben ... U-Tini. U-Tini und wir waren zwei Java-Mechaniker. Und irgendwann sind wir auf blöde Weise durch einen Stern geflogen, als wir einen Sprung durch die Lichtmauer gemacht haben. Und da war die Session auch durch. Ja, blöd gelaufen, aber da sind Dinge schiefgelaufen. Aber na ja. Aber na ja. Okay, wenn du jetzt hobbytechnisch war, bei dir eher relativ wenig. Ich habe jetzt die ganze Zeit nur darüber erzählt, was ich alles gemacht habe. Wie sieht es denn bei dir aus? Videogametechnisch? Hast du irgendwas gezockt? Ähm, nee, nicht wirklich. Also wie gesagt, ich war mehrheitlich unterwegs. Ich habe ein bisschen ... Ich habe hin und wieder mal eine Runde Slay the Spire gespielt und bin tatsächlich bis zum letzten Boss gekommen. Ja, das kann man relativ schnell kommen, ja. Ja, einmal in so einem Daily Run mit der Giftmischerin. Ja, mit der habe ich es bisher auch nur als einziges durchgespielt. Und wie gefällt es dir? Cool. Also ich finde es tatsächlich ziemlich lustig. Es macht Spaß. Ich finde die Grundmechanik cool. Es ist so ein bisschen laid back. Und was ich schön finde, ist, dass du es unterbrechen und fortsetzen kannst. Mhm. Was ... Also ich habe immer das Gefühl, wenn man unterbrechen und fortsetzen macht, dann springt der immer zwei, drei Gefechte zurück, die du dann nochmal machen musst. Nee, der fehlt eigentlich ... War bei mir ein, zweimal so. Echt? Also wenn ich unterbrechen muss ... Du machst es ja auch über das Smartphone, ne? Ja. Also wenn ich unterbrechen muss meistens, ist er oft mal mit einem Kampf. Und dann wird der Zug, den ich gemacht habe, den muss ich dann einfach nochmal machen. Aber ... Ja, nee, ich lande dann immer wieder in der Übersichtskarte. Aber ... Ach, interessant. Ist jetzt auch nicht wild. Und, ähm ... Nee, also mit dem Giftmischercharakter bin ich tatsächlich schon relativ weit gekommen. Und, ähm, gerade auch, wenn du da, ähm, wenn du es schaffst, gute Giftkarten zu kriegen und die dann am besten auch früh zu ziehen, dann bist du natürlich, ähm, gut dabei, sag ich mal. Ähm, und das macht, das macht schon Spaß. Ich habe jetzt diesen neuen, noch einen neuen Charakter gezogen, nachdem ich dann das letzte Mal, ähm, ähm, eben so weit gekommen bin, habe ich, glaube, wieder was freigeschaltet. Da muss ich jetzt mal gucken. Das habe seitdem nicht mehr gespielt. Ja, ich glaube. Mit dem versuche ich gerade mal das Spiel auch durchzuspielen. Aber ich kriege Lust, ich weiß nicht, zehn, zwölf Runs kriege ich nichts Gutes zusammen, dass ich da mit dem gut hänge. Ich, also vor, vor einem Monat war ich mit dem Roboter echt gut und kam echt weit. Und jetzt, äh, jetzt komme ich fast nicht mehr ins dritte, äh, in den dritten Turm mit dem. Ja. Ja, mal gucken. Ich muss irgendwann mal wieder spielen. Ist mein Fokus auch falsch. Ja, vielleicht ist mein Fokus da auch komplett falsch. Vielleicht ist das Ding und das kann durchaus sein. Ja, ich hatte mir, äh, interessanterweise, also jetzt, wo wir bei, das ist ja ein Roguelike-Spiel. Mhm. Und irgendwie habe ich gedacht so wieder, ach, naja, ich gebe es einfach zu, diese Spiele sind was für mich. Und habe mir jetzt mal nach langer Zeit Dead Cells für die Switch gekauft. Das ist ja eher ein Roguelite. Und das ist ja eins der Spiele, wo alle sagen, das muss man ja mal gespielt haben, weil Dead Cells ja eins der großen Dinger und guten Vertreter dieser ganzen Geschichte sind. Ich habe bisher erst einen einzigen Run gemacht, also ich kann dazu noch gar nichts sagen, weil auch da muss er mehrere Runs haben, um auch unter die ganzen Mechaniken, um da hinterher zu kommen und zu verstehen, wie die Mechaniken ineinander übergehen. Und da kann ich dann dementsprechend noch gar nichts sagen. Ich mag aber den optischen Stil sehr, sehr gerne. Also ich mag diese Pixelart, die aber mit knalligen Farben und modernen Effekten agieren. So mit Chromatical Aberration und so. Ähm, mag ich total gerne. Also optisch spricht es mich schon mal hardcore an. Cool. Ja. Das hatte ich mir jetzt vor zwei Tagen gekauft, aber wie gesagt, einen Run erst gemacht. Ich habe die, aufgrund des Warhammer Skulls Festes, diese eine Woche, die da war, habe ich einige Warhammer-Videogames gespielt. Ich habe mal wieder Vermintide 2 rausgeholt, ich habe mal wieder Total War Warhammer 3 rausgeholt, Boltgun mal wieder weitergespielt. Ja, Boltgun würde mich auch noch irgendwann mal reizen. Einfach so ein bisschen stumpfes Pixelballern, das hat schon viel Schönes. Macht Laune, macht wirklich Laune. Also es ist wirklich, okay, da ist der Gegner und los, gib ihm. Kein Nachteil. Also das Leben eines Space Marines. Ja. Nicht hinterfragen, nach vorne und kaputt machen. Klingt erstmal logisch. Ja, total. Und aufgrund dieser ganzen, diese ganzen Roguelike und Light-Geschichte, wir haben uns zusammengesetzt, der Autor von Dice the Game Spiel, also Steffbert. Und ich habe uns zusammengesetzt jetzt am Samstag, weil wir eine weitere Erweiterung, eine, die ich schon seit langer Zeit im Kopf habe. Und jetzt habe ich gesagt, komm, jetzt setzen wir uns mal zusammen, machen wir Brainstorming und bring das jetzt mal alles hin, dass wir die vielleicht im Juli, spätestens August, raushauen können. Cool. Und das wird, also während die anderen Erweiterungen immer ein bisschen witzig waren und eine kleinere, einfach ein bisschen mehr von dem, was man hat, rausgebracht hat oder eine neue Figur. Jetzt diesen Monat erscheint ja Dennis als Miniatur. Also der Atelier-Onkel. Und diese Erweiterung wird einen neuen Spielmodus geben für den Multiplayer-Bereich und der wird wirklich, wirklich, wirklich gut. Also wir haben es geschrieben, die ganzen Sachen, und ich hatte sofort Instant-Bock zu zocken. Hehehe. Der wird wirklich, wirklich gut, weil wir aus dem ganzen Spiel tatsächlich ein Roguelike machen. Nee, beziehungsweise ein Roguelite machen wir aus dem ganzen Ding. Also das muss Multiplayer spielen und du machst halt, das wird halt darauf hinauslaufen, dass man verschiedene Runs macht und es wird unfassbar viele Perks geben, die man freischalten kann. Einer dümmer und fieser als der andere. Das wird super. Das wird wirklich Spaß machen. Ich glaube, das wird das Spiel auf eine ganz andere Ebene dann auch bringen. Cool. Ja, das klingt super. Ähm, ich muss vielleicht dann doch auch mal mehr Denisse malen. Ich warte immer noch auf das Review von dem Spiel. Bei euch. Okay, you asked for it. Apropos, aber apropos Spiele und Roguelike. Hattest du mitgekriegt, dass von Joseph McCulloch ein neues Spiel angekündigt ist? Das Death Ship 1. Ja, hab ich gesehen, das wurde am 4.6. habt ihr es auf dem Brückenkopf gehabt. Ja. Hat mir so allerdings noch relativ wenig gesagt. Da geht es ja um irgendein Alien-Schiff oder sowas. Und dann kannst du da jede Art von Truppe durch die Gegend schicken, um dir das zu überleben. Klang so ein bisschen wie das Demon Ship, nur dass du eine Truppe hast. Ja, genau. Das klingt so ein bisschen, du hast halt fünf Räume, durch die du dich nach und nach durcharbeitest. Und du musst quasi, genau, und immer, das Spiel wirft dir quasi schwierige Dinge entgegen. Und du musst versuchen, durchzukommen. Wie auch immer. Also, es klingt sehr wild. Also, mich hat es so ein bisschen erinnert an das Konzeptalbum Into the Electric Castle von Aryan, wo es ja auch darum geht, dass so historische Figuren aus verschiedenen Zeitschienen zusammengeworfen werden, um irgendwie diese Prüfungen zu meistern. Oder The Cube, wenn jemand noch diesen, ähm, diesen Uralt-Horrorfilm kennt, ähm, wo man eben auch... Uralt, Anfang 2000er. Ja, komm schon. Ja, ja, stimmt schon. Über 20 Jahre her. Ja, ja, stimmt schon. Und, also, daran erinnert, also, eine Mischung, aus dem erinnert mich das so ein bisschen, und das finde ich tatsächlich spannend. Ich, da würde mich auch interessieren, wie gut das umgesetzt ist, und auch wie diese Bodenplatten aussehen, ähm, oder diese, die Grundidee dahinter. Naja. Da bin ich neugierig. 12,50 Dollar und dann hast du das PDF. Ja. Werde ich mir, glaube ich, tatsächlich irgendwann mal holen. Vielleicht hole ich mir aber auch tatsächlich als Cover. Ich, ich hatte wirklich mal überlegt, mir die, dieses Demon-Chip mal zu holen. Ja, das ist, kommt halt blöderweise aus den USA, ne. Das finde ich, die Idee an sich finde ich ganz cool. Aber du kannst die Sachen auch als Print selbst drucken, aber da hätte ich auch keinen Bock drauf. Also, ehrlich gesagt, hätte ich dann Bock auf diese MDF-Geschichte, weil du dann auch gleich die Verpackungsbox drin hättest. Ja. Ja, also, Demon-Chip reizt mich auch. Das sah witzig aus. Von wem war das nochmal? Wie hieß die Firma? Oh, das ist, ähm... Demon-Chip, the Game, das ist Blackside Studios. Blackside Studios, das sind doch die mit den Darkside of the Moon, oder wie das hieß, ne? Ja, mit Luna, oder glaube ich, oder wie das hieß. Oder Luna hieß das, ja, genau. Genau, Lunar, genau. Ja, das ist noch... Die haben lauter so Sachen, wo ich sag, die klingen eigentlich echt lustig. Die machen so Minispiels, so Microgames, ne? Genau, ja. Demon-Chip klingt cool, auch mit dem Gelände dabei. Ähm, und auch Luna klingt super. Ja, bei Demon-Chip ist es ja so, dass du wirklich nur ein einziges kleines Spielfeld hast. Das ist der Raum, in dem du dich dann bewegst. Und wenn du aus dem Raum rausgehst, nimmst du das alles weg und baust den Raum nochmal neu auf. Ja. Und das ist dann der nächste Raum, ne? Ja, genau. Und es gibt ein Modell, was der Demon-Stomping-Guy ist. Mhm. Ähm, ja, den kennen wir alle aus einer sehr, sehr bekannten, alten, ähm, wir schießen auf Dämonen, äh, Ballerspiel-Reihe. Der sieht sehr nach dem Doom-Guy aus, und zwar nach dem 2016er und 2019er. Ja, also da gibt's. Das ist schon cool, also ich weiß es tatsächlich nicht, ich, ja, ich hätt schon Bock mal bei Blackside zu bestellen. Schade, dass die keinen europäischen Vertrieb haben. Ja, das ärgert, weil dann musst du natürlich noch Zoll und noch Steuern obendrauf zahlen. Genau, also dann muss, es wird halt teuer. Ja, das muss man sich halt irgendwann mal sagen, das muss man halt wollen. Ja, und ich glaube, da ist eine Bestellung in der Gruppe besser. Ja, ziemlich sicher, genau. Also wenn du sowas mal machst, sag mal Bescheid, und vielleicht kriegen wir noch ein, zwei andere Leute mit dazu. Ich meine, ich überlege, also man kann sich natürlich bei Blackside Studios auch jetzt, also bei Dimenship auch alles jetzt STL-Datei holen, zum selber trocken, ne? Ja, das Gelände kannst du halt aus einem Filamentdrucker rauslassen. Hast du zugeworfen einen Filamentdrucker? Ich leider nicht. Äh, ja, ein Kumpel von mir hat einen Filamentdrucker, einen sehr gut konfigurierten auch. Na, immerhin. Also das ginge sogar. Ja, mal gucken. Vielleicht irgendwann mal, weil witzig wär's schon. Ja, ja, ich hätte auf das Spiel tatsächlich auch Bock, einfach nur um zu wissen, wie's funktioniert. Ja. Naja, aber gut, also viele schöne Spielmechaniken da, natürlich weit ab von dem eigentlichen, von den großen Systemen natürlich. Aber auch die bieten ja vielleicht oft kreative Möglichkeiten. Wobei ich immer Angst habe, gerade bei diesen ganzen, ähm, Regelwerken, die von Osprey kommen. Also jetzt, wie die James McCullough ist ja, also, also du sagst ihn, da weißt du ganz genau, das erscheint bei Osprey eigentlich. Ähm, hab ich immer, also bei Osprey hab ich immer das Gefühl, ja, sie haben viele kreative Ansätze, was Szenarien angeht, beziehungsweise die Autoren, die dort publizieren. Aber dass die eigentlichen Spielmechaniken und Spielphilosophien, die hinter den Mechaniken stecken, dann doch alle doch relativ klassisch sind und dann eher auf ausgetretenen Faden dann wandeln. Das stimmt. Ähm, ich hab auch bei, ähm, äh, bei den McCullough-Spielen zum Beispiel wie Frostgrave, was stört mich sehr oft, ähm, diese W20-Mechanik, weil die mir einfach zu dicey und zu zufällig ist. Ja. Ähm, allerdings funktionieren, also ich, grundsätzlich hab ich das Gefühl, dass, äh, die McCullough-Spiele von den Osprey-Spielen einfach die besten sind noch. Also ich hab da das Gefühl, dass bei vielen Osprey-Produkten tatsächlich so ein bisschen, man hatte eine Idee und, ähm, hat die aber vielleicht nicht ausgiebig genug, äh, nochmal durchgetestet und durchdacht, bevor man das Buch dazu geschrieben hat. Ähm, das ist richtig. Ich hab manchmal das Gefühl, die haben eine sehr hohe Output-Frequenz, natürlich haben sie mehrere Autoren. Klar. Aber, äh, äh, äh. Und die produzieren ja auch nur Bücher und nichts anderes, ne? Genau, aber es ist nicht immer alles super, was da rauskommt. Ganz abgesehen davon, dass ich bei Osprey sehr oft die Aufmachung einfach schäbig finde. Von diesen, gerade von diesen kleinen Büchern. Die ist einfach ein Abtörner. Und von daher, ich bin jetzt mal gespannt, ähm, also es gibt so ein paar Sachen, die ich einfach von der Idee her cool finde. Ranges of Shadow Deep reizt mich vom Setting her immer noch sehr, zum Beispiel. Und jetzt gerade eben dieses, ähm, das Neue, was jetzt kommt, ähm, das würde mich schon auch mal reizen. Und wenn es nicht so, wie gesagt, es ist nicht so teuer, man kann sich das schon mal holen. Und dann mal reingucken. Ich habe gerade währenddessen, wenn wir reden, habe ich mal geguckt hier, was denn die Demon's Shroom Starterbox kosten soll. Auf der Blackside Studio Seite. Und wenn man draufklickt, kommt der 404-Fehler. Cool, das fängt gut an. Ja. Also, die Starterbox haben sie offensichtlich nicht mehr drin. 404. Terrainbox. Ja, sie haben es, glaube ich, auch nicht mehr gelesen. Also, ich habe auch, wenn du bei denen auf die Website gehst, ähm, haben die ja oben diese Liste Our Games. Das haben sie unter den ... Und da ist es nicht mehr drin. Doch, 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 haben sie unter den Malus Microverse. Ah, okay. Da, okay, dann muss ich da auch noch mal gucken. Da haben sie Pit Lord und Demon's Ship. Okay, cool. Also, das Demon's Ship, das Terrain, das Pre-Painted Terrain, was ich übrigens auch extrem von Vorteil finde. Ja. Ähm, das haben sie für knapp 57 Euro. Mhm. Finde ich, ist ein okayischer Preis. Ja. Ähm, aber es kommen halt noch Tags und Shipping und alles oben drauf. Ja, das ist halt immer der Punkt, ne. Ich guck mal, ob er mir irgendwelche Kosten da schon sagen kann. Naja, guck mal, da kommt schon mal Worldwide-Versand oben drauf. Nochmal 45 Euro oben drauf. Boah, und dir geht halt komplett in die Zoll- und, ähm, Mehrwertsteuerberechnung mit rein. Also, dann zahlst du alleine nur für dieses kleine Terrain-Pack zahlst du wahrscheinlich 120 bis 130 Euro. Ja. Weil du halt für den, äh, für die Berechnung der Mehrwertsteuer und des Zolls, ähm, gilt ja Warenpreis plus, ähm, Versand. Ja, gilt ja nicht unbedingt. Also, ich hab ja jemanden, der, ähm, kenne ja jemanden, der, oder mehrere, die im In- und Export agieren. Mhm. Und es gibt die Möglichkeit, den, die Versandkosten aus den Kosten rauszurechnen. Ich frag mich nicht wie, aber dass dann nämlich der, ähm, dass der Wert, also der Zoll- beziehungsweise der Umsatzsteuer nur auf das Produkt ist. Und, ähm, der Versand ist externalisiert, weil der dann ja auch, ähm, im Endeffekt hier innerhalb der EU ja auch stattfindet. Ja. Also, was, also nach dem Import. Ähm, frag mich nicht, wie das geht, aber das ist offensichtlich zu kompliziert wie in den meisten Filmen, weshalb sie sagen, komm, das ist der, das wird auf den Gesamtpreis mit draufgerechnet. Ja, klar. Und der Endkunde zahlt dann einfach mal nochmal 20 Prozent obendrauf. Ja. Da muss ich dann leider sagen, ganz so wichtig ist es mir doch nicht und ich nehme vielleicht, wenn, dann doch die Digitalversion. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Und haus hier aus dem Drucker, weil ist halt so, ist schon okay. Ja, schade, aber dann, dann sparst du natürlich um einiges mehr. Ja, ja, dann ist, dann ist easy. Da bist du, glaube ich, insgesamt da. Das Startup-Set digital, äh, zahlst du, ach, ist auch ganz schön teuer, ne? Das Digital-Launch-Bundle zahlst du auch 38 Euro, wobei da sind aber digital, also Figuren-STL mit dabei. Regeln und. Die Regeln und das Gelände als digital. Ja, das ist dann okay. Okay, da sage ich das okay, die Leute sollen ja was davon haben. Genau, das ist dann okay. Genau, ja. Was ich letztens auch noch gesehen hatte, das suche ich hier gerade die, ähm, den Link dazu, finde es aber nicht mehr. Ähm, deshalb nur als Hinweis, dass es das gibt, ähm, Entschuldigung, ähm, war ein, es gibt so eine Art F-Zero-Raumschiff-Rennspiel, was mich daran so ein bisschen erinnert hat, was auch über, ähm, über STL-Raumschiffe ging. Und das sah auch ziemlich cool aus. Wenn ich das nochmal finde, ähm, schicke ich dir das mal zum Anschauen. Oh ja, gerne. Das sah natürlich nett aus. Ich bin ein großer F-Zero-Freund. Und er gab mir da die Regeln, dass es da kein weiterer Teil gibt. Ja, ich hab mir da die Regeln witzigerweise auch schon runtergeladen. Also die besitze ich schon. Die hab ich gekauft. Ähm, und das STL-Paket für die, für die vier Raumschiffe weiß ich gar nicht. Aber, äh, auch da ist es denkbar. Genau, ja. Nee, mal gucken. Ja, ansonsten, ähm, ich hab auch ein bisschen designt. Ähm, ich hab die neue Fraktion für Summoners tatsächlich in den letzten zwei Wochen verstärkt vorangetrieben. Ah, cool. Die Untoten? Äh, ja, die Untoten, in Anführungsstrichen. Ich würde es zeigen. Und, genau, und die hab ich jetzt, ähm, zumindest mal die Karten sind fertig. Und die Profilwerte auch. Und wir wissen, wo wir hinwollen. Mhm, sehr cool. Und was wir jetzt nochmal machen werden, ist, dass, sobald Laszlo Zeit hat, der geht jetzt am Wochenende nochmal kurz auf eine längere Radtour. Aber wenn er wieder da ist, werden wir da mal ein Testspiel mit Proxys machen oder zwei oder drei. Und dann, also ein paar der Karten mit den Sonderregeln hab ich jetzt schon mal bei uns in den Discord gestellt. Und sobald wir das mal ein-, zweimal getestet haben, um zu gucken, ob's grundlegend funktioniert so, werden wir die Restkarten nach und nach enthüllen. Und dann können die Leute das einfach mal testen und Erfahrung sammeln. Cool. Und, ja, ich bin bis jetzt ganz happy. Es sind ein paar ganz coole Sachen drin, glaub ich. Spannend wird sein, ob's so, wie's jetzt im Moment geplant ist, dann auch funktioniert. Also, ob man zum Beispiel, ähm, für den zweiten Beschwörer, der hat keine Zaubersprüche, der hat so eine Art Taktik-Board. Mhm. Ähm, wo er mit Seelenmarkern, die seine Kreaturen einsammeln, ähm, versuchen, äh, bestimmte Sachen freischalten kann. Und dann, ähm, kann er, der kann die da drin speichern. Und, ähm, im Spielverlauf zum Beispiel sagen, er gibt jetzt einen dieser gespeicherten Marker aus, um zum Beispiel einen Wurf zu wiederholen oder ähnliche Dinge zu tun. Und da muss man eben gucken, zum Beispiel, ob das Balancing technisch hinhaut, ob der genug von diesen Markern kriegt. Mhm. Weil die muss er sich, die müssen erkämpft werden quasi. Und wenn man dann feststellt, das ist gar nicht zu schaffen, da muss man das gegebenenfalls nochmal anpassen. Aber, ja, die Idee finde ich interessant. Die Ideen stehen. Wir wurden übrigens das letzte Mal, wo wir gerade bei Ideen und Konzepten und so waren, ähm, Wir hatten in der letzten Folge ja über Ascending Fate geredet, über die Gamefound-Crowdfunding-Geschichte. Die da, wie sind da, hieß es, ähm, die Leute hätten von uns vielleicht ein bisschen mehr zum Spiel erfahren wollen, weil wir ja auch da mit im Endeffekt Testimonials mit sind. Klar. Bei der ganzen Geschichte. Kann ich nachvollziehen. Wird noch ein bisschen dauern, weil, ähm, der, ich hab mit dem Werner ja geschrieben und wir kriegen von denen auch nochmal so ein Vorab-Paket demnächst. Ah, okay. Und dann kann ich auch nochmal einen genaueren Blick einfach auf alles werfen und vielleicht sogar mal ein Testspiel machen. Und danach kann ich mehr dazu sagen. Im Moment hab ich's einfach, ich hab's noch auf der Taktika nicht gespielt und auch sonst noch nicht, bin noch nicht tief genug in den Regeln drin. Das heißt, bei mir ist es tatsächlich im Moment, ich kann mich auf die Modelle erstmal nur beziehen. Ja, also ich hatte es ja gespielt, aber das ist jetzt über ein Jahr her. In der Zwischenzeit kann natürlich viel regeltechnisch passiert sein. Ja. Deswegen mein Satz, der da, oder meine Sätze, die da stehen, als Zitat basierten natürlich auf damals und das ging hauptsächlich um die Dynamik des Ganzen, was ich halt interessant finde. Weil es ist viel Freebooters Fade eigentlich, was ja nicht verkehrt ist. Nur mit dieser sehr starken Extramechanik, die ich wirklich gut finde, dass egal welche Aktion du machst, du eine kostenfreie Bewegung obendrauf bekommst, die du vor oder nach der Aktion machen kannst. Und gerade bei dem Skirmisher, finde ich, bringt das genau die Dynamik rein, die mir oft immer fehlt. Und das ist ein kleiner, wirklich ein ganz kleiner Kniff eigentlich, wodurch das Spiel sich aber dann abhebt und das Spiel sehr viel dynamischer macht. Also auch das, Dynamik ist ja immer so ein sehr, ist auch wieder so ein Marketing-Spruch, der sehr verzerrt immer genutzt wird. Aber das passiert dadurch tatsächlich, dadurch hast du wirklich cineastische Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Und alles Weitere würde ich sagen, kann ich euch empfehlen, das können wir vielleicht auch in die Shownotes reinpacken, den Link zu meinem Preview von damals, als das noch frisch war, da hatte ich das noch irgendwie im Kopf gehabt. Und das Video, also wir hatten dieses Jahr auf der Taktiker das Spiel live gestreamt, noch einmal ein Testspiel live gestreamt. Ich glaube, das müsste der Steffen gewesen sein, der das angespielt hat. Und das können wir euch auch noch mal verlinken, dann könnt ihr euch das noch mal anschauen, um auf jeden Fall noch mal einen Eindruck von dem ganzen Spiel zu bekommen. Sehr schön. Das ist jetzt besser, als wenn ich das hier noch mal wiederhole. Ja? Ich muss noch kurz hinter mir die Tür aufmachen, dass ich im Zweifelsfall höre, wenn meine Kids heimkommen. Weil es ist schon wieder Mittag. Ja, ja, wir nehmen heute ein bisschen später auf. Das liegt daran, das kriegt Christian jetzt gar nicht mit, aber Christian hat verschlafen. Weshalb wir heute später... Verdammt, er hat's doch gehört. Ah, er hat den Kopfhörer noch auf. Christian hat in der Tat verschlafen. Ja, hast du denn während deines Urlaubs mal so ein paar Sachen geguckt oder gehört? Wo wir so... Film- oder Musikbereich? Ähm, Musikbereich so ein bisschen. Ich habe den neuen, natürlich den neuen Song von Electric Callboy, Featuring Babymetal, gehört. Ratatata. Ein virales Video, das vorprogrammiert ist. Ja, genau. Und immer, wenn Electric Callboy was rausbringt, kommen danach sehr, sehr viele Reactions da drauf. Und die schaue ich mir oft auch an. Einfach nur, weil ich's witzig finde. Also wer uns jetzt mit dem Video auch schaut, weiß ja, das kann schon sehen, dass Christian Electric Callboy vielleicht einigermaßen okayig findet. Und ja, ich finde auch das neue Video und den neuen Song wieder ganz schön gut. Ich finde, es ist eine schöne Kombination. Wobei man jetzt wirklich sagen muss, sie sind jetzt wirklich im Eurodance angekommen, ne? Ja, aber das waren sie vorher auch schon mit dem Everytime-We-Touch-Cover. Natürlich, aber jetzt sind sie, also jetzt sind wir wirklich ganz hart in der Norma angekommen. Und damit würden sie auf jeden Fall, also das Ding ist jetzt ESC-tauglich. Absolut, ja. Genau, also ich glaube auch nicht, dass das richtungsweisend ist, wohin Electric Callboy zum Beispiel mit einem neuen Album gehen würden. Aber es ist einfach, es ist ein cooler Zwischenschub und ich finde, es funktioniert erstaunlich gut. Also diese Kombination Electric Callboy, Babymetal. Und es macht einfach Spaß anzuhören. Ich mag den Song. Und ich finde auch, das Video mal wieder ist halt ein Electric Callboy-Video. Es ist jetzt kein We Got The Moves, was ich immer noch eines ihrer großartigsten Videos finde. Aber es ist trotzdem, es ist ein gute Laune-Ding. Ja, genau so. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal drüber geredet hatte schon, aber ich habe nichts Neues gehört. Aufgrund meiner Arbeit momentan habe ich sehr viel die Band Set Your Sales gehört. So ein bisschen Metalcore, Postcore, irgendwie sowas in die Richtung. Ich bin da nicht so fit. Ist auch so gar nicht meine Musik gefiel mir aber sehr gut. Und die höre ich momentan tatsächlich sehr, sehr viel. Gerade das neue Album Bad Blood. Das hört sich echt gut weg. Das kann ich nur mal empfehlen. Auch wenn man so im Metal-Bereich Anfänger ist und auch im Metal-Core-Bereich Anfänger ist, da bin ich ja nicht so tief drin im Metal-Core. Aber da ist Set Your Sales wirklich so eine sehr gute Entrance-Geschichte. Also, das habe ich jetzt nicht gehört gerade. Ja, ich muss noch so ein bisschen nachholen. Also, es gibt jetzt ein paar Sachen tatsächlich im guten alten Power-Metal, die jetzt neu gekommen sind. Es gibt ein neues Freedom Call-Album, es gibt ein neues Rhapsody-Album. Also, richtig der ganz kitschige Kram. Ja. Und da muss ich mal wieder irgendwie während dem Arbeiten das einfach mal laufen lassen und mal gucken, was die so gemacht haben in den letzten Jahren. In dem Bereich musst du mal hören, ein Kumpel hat mir jetzt gestern was von Witherfall. Kannte ich vorher auch noch gar nicht. Den Namen habe ich sogar schon mal gehört. Hat mir gar nichts gesagt. Hat er mir was geschickt. Und das dürfte dir wahrscheinlich gefallen. Weil das geht so ein bisschen, es ist wirklich Power-Metal, hat so einen leichten Touch von Iced Earth von der Musiker. Was ich ja musikalisch total gerne mag. Also viel mit Power-Cord und eine gewisse Aggressivität im Hintergrund, aber trotzdem Power-Metal. Ja. Und es gibt ja ein Objektiv, also du weißt ja, ob ein Lied gut ist, dafür gibt es ja eine objektive Bewertung. Komplett 100% objektiv. Und die ist auch allgemein gültig. Und zwar muss ein Lied mit einem Ja! Oder mit einem Oh! beginnen. Also ein Lied muss mit einem Schrei beginnen, dann weißt du, dann ist es objektiv ein gutes Lied. Und dieser Song beginnt mit einem Schrei. Sehr gut. Dann muss ich mir das unbedingt mal anhören, weil dann kann ja nichts mehr schief gehen. Also ein objektiv gutes Lied. Sehr schön. Ja, ja. Nee, ansonsten war nicht so arg viel los. Ich habe auch keine, ich warte, oh, heute kommt die erste Folge, heute am Aufnahmetag kommt die erste Folge The Acolyte. Acolyte? Ja, Acolyte auf Disney+. Da werde ich vielleicht tatsächlich mal reinschauen. Und mir so dieses richtig krasse, Disney ist so woke und Star Wars ist so woke und warum sind da eigentlich keine weißen alten Männer im Trailer? Das werde ich mir mal so richtig geben. Und danach werde ich mir ein Gläschen mit feinsten Tränen aus dem Internet kredenzen. Eigentlich, ich habe in meiner automatischen YouTube-Playlist kam mir heute was von Cinema Strikes Back rein. Eigentlich will ich mich bei solchen Sachen ja vorher gar nicht spoilern lassen, aber dann war ich dann plötzlich drin und zwar war das ein Zwischenfazit für die ersten vier Folgen von The Acolyte. Und das Fazit ist leider nicht gut. Und Cinema Strikes Back sind ja jetzt nicht diejenigen, die sagen, dass das sie eine Wogen ist, Bewertung und dass sie sowieso irgendwie auf politischem Kurs sind, sondern die bewerten die Filme und Serien natürlich aufgrund ihrer Inhalte. Und leider da war das Fazit von Alper nicht gut. Also das scheint so zweitlich Obi-Wan Kenobi zu sein. Das ist ja leider häufig so ein Star-Wars-Serien-Thema im Moment, also deshalb verstehe ich auch diese, das ist ja einer meiner Punkte, den ich mit dieser Wokeness-Debatte habe, weil man, der lenkt einfach davon ab, dass es handwerkliche, filmemacherische Defizite gibt im Star-Wars-Universum schon seit langem, auch seit das bei Disney ist. Wobei, das ist nicht fair, weil die Prequel-Trilogie wird jetzt auch nur glorifiziert im Nachhinein. Ja, die war auch nicht gut. Die war narrativ-technisch auch einfach wirklich großer Müll. Das muss man einfach so sagen. Auch wenn jetzt ganz viele Leute sagen, dass Episode 3 der geile Shit ist. Und ich denke mir so, nee, ist Episode 3 einfach objektiv gesehen für mich nicht? Allein schon wegen so Sachen, wenn ich mir die Dialoge zwischen Anakin und Obi-Wan am Schluss gebe, ihr habt sie gegen mich aufgewiegelt und was auch immer, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Und boah, ey Leute, wirklich, schreibt mal Dialoge und Geschichten bitte wieder. Aber anyway, und deshalb auch die Sequel-Trilogie. Die Sequel-Trilogie ist nicht doof oder scheiße, weil sie woke ist. Die ist scheiße, weil sie beschissen geschrieben ist und auf diesem Hügel werde ich sterben, wenn es sein muss. Ja, bin ich ganz bald hier. Aber auf diesem Hügel wirst du nicht sterben, weil du ja den Higher Ground hast. Yay! Ja, also tatsächlich ist es, die Kritiken daran sind tatsächlich genau eigentlich die gleichen Kritiken, die ich bei Ahsoka hatte. Dass Charaktere offensichtlich einen Armourplot haben, äh, einen Plot-Armor haben. Plot-Armor. Dass dann solche Sachen sind, dass einfach Plotholes genutzt werden. Also, dass es alles so beliebig geschrieben ist, dass genau das passiert, was passieren muss. Dann gibt es noch eine Storyline, keine zweite, die das Ganze vielleicht auflockern könnte. Es gibt ganz viel, ähm, Exposition im Dialog. Und dadurch werden Dialoge wieder so extrem dämlich geschrieben, dass sie überkünstelt wirken, weil ja alles erklärt werden muss. Ja, es ist halt wieder dieses Tell-Don't-Show. Genau. Wo ich immer sage, es ist immer schlecht. Leute, zeigt doch was los, was Sache ist. Und zwar macht die Folge mehr. Genau, und das sollen die großen Probleme tatsächlich sein von The Acolyte. Dass genau diese Sachen da halt fehlen. Also, du hast schlechte Storywriting. Du hast, ähm, wie bei Ahsoka einfach, ne? Es ist einfach dann doch zu flach und zu beliebig. Und die Bösewichte, ähm, es wird immer gesagt, wie krass die Bösewichte sind, aber sie agieren idiotisch. Ja, ähm, das scheint so ein generelles Thema zu sein. Es ist lange her, dass ich tatsächlich, ähm, ein Bösewicht hatte in einer Serie, wo ich gedacht hab, oh, 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 der ist konstant, ähm, allen, der ist, der ist wirklich bedrohlich. Und ... Moff Gideon in der ersten Staffel von ... Moff Gideon in der ersten Staffel und in Game of Thrones Tywin Lannister. Tywin Lannister war wirklich, wirklich stark. Okay, ich dachte, wir bleiben bei Star Wars, ja. Nee, wir müssen nicht bei Star Wars bleiben. Es ist ein generelles Thema, glaub ich auch, nämlich. Und auch Game of Thrones, Ramsay Bolton war, der war zwar durchgeknallt wie noch was, aber auch da hattest du oft und lange das Gefühl, der ist allen einfach auch einen Schritt voraus. Ähm, und das waren, da waren halt die Charaktere entweder durch ihr Wissen bedrohlich oder durch ihre psychotische Art. Du hattest einfach Respekt vor denen. Und du wusstest, wenn die, wenn du mit denen dich anlegst, hast du ein massives Thema. Und das hast du halt oft einfach auch gefühlt nicht mehr. Also, The Walking Dead später, also einer der Staffeln, wo es kaum noch jemand geguckt hat, wo die Whisperer kamen. Also die Leute, die sich, die mit den Zombies rumlaufen, die anführen, die war badass. Das war also ... Wie hieß die? Ich weiß es nicht mehr. Alpha war das, genau. Ja, genau, Alpha. Alpha, finde ich, kam in eine gute Richtung, wie auch Negan natürlich. Ja, klar. Negan, einer der Besten, und der Governor. Also, das sind so ... The Walking Dead, finde ich, hat aufgrund hat eigentlich eine sehr gute Frequenz an guten Bösewichten. Und natürlich, wenn wir noch mal zu Star Wars zurückgehen, bei Endor. Der Gegenspieler, der noch bei seiner Mutter wohnt, im Endeffekt. Der ja nicht so richtig der Gegenspieler ist, aber dann doch schon. Aber Endor, fand ich, war eh auch eine Ausnahmeserie. Und dementsprechend hoffe ich, dass sie sich genügend Zeit lassen mit der zweiten Staffel, dass die auch gut wird. Und nicht wieder in den typischen Disney-Kram verfallen, dass sie jetzt sagen müssen, oh, jetzt müssen wir doch an diesen Film noch anschließen und den Cameo noch einbauen und den Fanservice, weil dann wird die auch schlecht. Aber auch Disney, ich fand Director Krennic, war ein guter Antagonist. Ja, stimmt. Zum Beispiel. Und schon sind wir wieder beim Punkt und schon haben wir wieder einen guten Film. Weil ich finde, solche Filme stehen und fallen auch stark mit ihren Bösewichten, weil du dem Helden einfach was zu tun geben musst. Ich glaube sowieso, dass momentan Disney halt versucht, aus alles ein Franchise zu machen. Und ab dem Moment, also nicht nur Disney, aber viele einfach, die haben es bei Disney gesehen. Und diese Franchises einfach alle qualitativ schlechter werden. Und wenn du dann aber aus dem Franchise ausbrichst, also du machst einen Film aus dem Franchise, das aber nicht zu diesem Universe dazugehören soll, dann kann es durchaus gut werden. Also siehe halt jetzt Andor und natürlich hier Rogue One, auf den sich das bezieht. Aber auch der Solo-Film war ja gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Nee, den fand ich ein bisschen belanglos, aber ansonsten war der schon okay. Genau, also er war belanglos, aber er war trotzdem gut schaubbar. Und ich habe mich darüber nicht aufgeregt, über den Film. Oder siehe jetzt The Batman und Joker. Die gehören nicht zu diesem Cinematic Universe von DC. Und das sind beides unfassbar gute Filme, wie ich finde. Also ich habe die sehr gefeiert. Ich glaube immer, wenn du versuchst, verzweifelt was in ein größeres, genau, in Cinematic Universe zu pressen oder alles nur mit der Perspektive zu bauen, wir machen danach unbedingt noch acht weitere Teile, dann hast du häufig eben das Thema, ja, da muss ich ja nichts fertig erzählen. Oder da muss ich es ja noch nicht auflösen. Oder ich muss ja nicht quasi in sich geschlossen sein. Weil ich habe ja immer die Möglichkeit, das später aufzufangen irgendwie. Und das ist oft unbefriedigend. Und trotzdem hast du natürlich bei der Charakterentwicklung enges Korsett. Ja. Weil du natürlich das ganze Franchise im Hinterkopf haben musst. Bestes Beispiel jetzt auch irgendwie der neue King Kong vs. Godzilla aus dem Monsterverse. Ich habe ihn jetzt nicht geguckt. Er war natürlich in den Kinokassen sehr erfolgreich. Aber ich habe ihn nicht geguckt. Aber was ich dann in den Kritiken angehört habe, war genau das, was ich am Anfang erwartet habe, dass es auch ein belangloser Blödsinn der CGI-Quatsch ist. Freunde von mir haben die sich im Kino anguckt und die sind begeistert. Ich sage ja, cool, aber für Computerspiel-Animationen gehe ich nicht mehr ins Kino. Nee, da schaue ich mir tatsächlich. Genau, auf der anderen Seite hast du halt Godzilla Minus One, der nicht innerhalb einer Reihe ist. Da ist auch Godzilla drin. Und das ist, wie gesagt, ein für sich stehender Film. Und der ist unfassbar gut. Ja, also bei mir ist es tatsächlich, ich muss das so ein bisschen zugeben, wenn ich auf Monsterfilme so ein bisschen Bock habe, dann lande ich sehr oft beim ersten Pacific Rim wieder. Weil der einfach, der ist total doof, natürlich. Aber ich finde, der ist auch irgendwie witzig. Und ich mag den. Der ist so ein Guilty Pleasure. Ich schaue mir den gerne an. Roboter, die sich mit Monstern prügeln und dabei Hongkong in Schutt und Asche legen. Das ist schon in Ordnung. Das kann man dann machen. Und wenn ich wirklich nur so, also wenn ich gerade deshalb, wenn ich dieses King Kong vs. Godzilla, diesen Quatsch, das brauche ich dahingehend dann einfach nicht mehr. Weil ich finde, das ist schon gemacht worden, jetzt mal wieder im Moderna. Und es ist in Gut auch gemacht worden. Ich finde, der unterhält mich. Der zweite Teil war, nee. Aber der erste ist okay. Okay. Den kann man sich gut mal anschauen. Ja, nice. Fand ich, also, ich habe ja auch nichts gegen Monsterfilme, aber ich habe was gegen belanglose Filme. Ja, genau. Das Leben ist zu kurz, um es mit schlechten Filmen zu verbringen. Ja, true. Vor allem, wenn man zum Beispiel wie ich generell so wenig Zeit hat. Bitte, bitte. Deswegen war ich auch so ein bisschen enttäuscht von Furiosa. Den hatte ich letzte Woche im Kino gesehen. Der startet auch richtig schlecht. Ich finde, also, mich reizt dieses Mad Max Setting generell nicht. Ich finde auch Fury Road overhyped, tatsächlich. Oh, ja, okay. Also, ich fand den extrem gut guckbar. Für mich, ja, der ist gut guckbar. Der macht auch Spaß zum Zuschauen. Aber für mich ist das eine Hin- und Wieder-Zurück-Geschichte mit wirklich keinem Inhalt. Also, ja, das braucht er natürlich auch nicht. Aber der ist super grandios inszeniert. Ich finde den cool, die Kampfszenen sind toll. Aber irgendwie, ich frage mich dann immer, und warum fahren die da jetzt gerade alle durch die Wüste? Ja, das stimmt. Der Plot ist wirklich auf einem Bierdeckel aufzuschreiben. Ja. Aber aufgrund der Inszenierung fällt das nicht so ins Gewicht. Im Gegensatz zu halt jetzt diese Star-Wars-Filme oder Star-Wars-Serien, die halt dann zwar auch eine gute Inszenierung haben, der Plot aber so bescheuert ist, dass die schlechte Inszenierung, die gute Inszenierung das aber nicht wieder rausholt. Und bei Mad Max sagen sie gar nicht, dass sie eine epische Geschichte erzählen wollen, sondern sie sagen einfach hier, ach komm, wir lassen den Protagonist nicht mal reden. Lass es mal den anderen machen. Und einfach mal Autos durch die Wüste und Explosion. Und das, finde ich, funktioniert da ganz gut. Und bei Furiosa geht das in eine andere Richtung. Also, der Film ist nicht schlecht. Er hat aber eindeutig Defizite. Was ich gut finde, ist, dass er tatsächlich mal eine Geschichte erzählen will. Also, er ist nicht so stupide wie Mad Max, auch wenn Furiosa fast genauso wenig redet wie er. Was ich sehr schade finde, weil Anya Taylor-Joy hat seine so geile, tiefe Stimme. Die Frau, also, die könnte mir kein Prospekt vorlesen. Ich finde die Stimme so unfassbar geil. Der hat halt so eine tiefe Stimme. Und das ist mega gut. Wir hatten es auf Englisch geguckt, genau. Und der Film ist in Kapitel unterteilt, was eher schon mal ungewöhnlich ist. Aber er spielt auch nicht in einem Zeitabschnitt, sondern über mehrere Jahre mit Zeitsprüngen. Von wie sie ein Kind ist bis hin, wo sie da ist, wo sie nachher ist. Und erzählt halt einen Rache-Feldzug gegen den Typen, der ihre Mutter umgebracht hat und sie im Endeffekt in die Sklaverei verkauft hat. Mein Name ist Indigo Montoya. You killed my father. Ja, so in die Richtung geht das natürlich. Es ist eine klassische Rache-Geschichte, die natürlich in dieser abgefahrene Mad-Max-Welt ist, die auch nicht immer für mich nicht ganz nachvollziehbar ist, warum und überhaupt und wie. Aber das muss man einfach hinnehmen, weil es ist einfach Fantasy. Also klosterpokalyptische Fantasy ist das einfach. Und eigentlich ist es okay. Er hat ein bisschen seine Längen, aber das finde ich gar nicht so verkehrt. Mein Problem ist einfach die Optik des Films, dass der Film einfach so hart künstlich wirkt. Weil sie einfach so viele Filter raufgepackt haben und so viel CGI reingebaut haben, dass der Film von vorne bis hinten nicht glaubwürdig ist für mich. Also rein optisch nicht. Er wirkt einfach nach Plastik. Ja, das ist doof. Es ist ja gerade, was du bei Mad-Max nicht willst. Genau. Das soll ja gerade gritty und ein bisschen down-to-earth aussehen. Genau. Die Optik konnte man ... Also ich hab mit Fury Road, wie gesagt, so meine Probleme, aber die Optik des Films war perfekt. Und das fällt erst so richtig krass auf, wenn du dir den Abspann dir anguckst. Wenn du mal Abspann von Furiosa zeigen sie Szenen aus Fury Road. Und plötzlich guckst du dir das an und denkst so, was ist das? Das sieht ja so verdammt viel besser aus, als das, was ich die letzten halb Stunden gesehen habe. Also dadurch, dass sie den direkten Vergleich selbst im Film drin haben, merkst du plötzlich, wie flach zweidimensional und computergenerativ furiosa wirkt. Ja. Und das ist tatsächlich sehr, sehr schade. Und vor allem nutzen sie CGI an Stellen, wo gar keine notwendig sind. Im Trailer siehst du am Anfang, da greift das Mädchen nach dem Pfirsich. Der Pfirsich ist CGI-generiert und das sieht man. Warum? Hätten sie nicht einfach einen Progress setzen können. Ja, warum gibt's zu wenig Pfirsiche in dieser Welt? Es gibt offensichtlich auch keine Stuntfrauen, die auf ein laufendes Pferd raufspringen können. Weil auch da wird die Person plötzlich in die CGI-Figur ausgetauscht. Und das sieht man, weil das schlecht ist. Man sieht zum Beispiel auch, und ich frage mich, warum sie es bis heute machen, oder zumindest hatte ich den Eindruck, dass das so ist. Sie geht in ein Harem rein, und in diesem Harem sind halt Frauen. Und im Hintergrund sieht man eine Treppe, und da läuft auch eine Frau runter, eine Haremsfrau. Und die bewegt sich wie eine schlecht animierte Computerfigur. Und das sind so die Punkte. Das verstehe ich halt auch nicht. Nicht der eigentliche Film, sondern dass da einfach CGI im Moment eingesetzt wird, dass das einfach schlecht wird. Oder, meine zweite These, vieles davon ist kein CGI, aber weil sie an anderen Stellen so krass überfiltern und das so stark artifizieren, weißt du nicht mehr, was echt und was CGI ist. Und deswegen wirkt alles unecht. Ja, sowas nervt. Das ist dann tatsächlich auch ... Da machst du halt tatsächlich einen Film, der vielleicht Potenzial hatte, kaputt. Also, ich glaube nicht, dass das der Grund ist, warum die Leute am Ende nicht ins Kino gehen, weil das irritiert mich total, dass der so schlecht startet auch. Der ist ja weit hinter seinen Erwartungen. Ob ein Film gut oder schlecht ist, ist es relativ egal, was die Kinoeinnahmen angeht. Meistens basieren ja die Kinoeinnahmen, oder ob die Leute ins Kino gehen, basieren ja meistens auf den Vorgängern. Ja, und der Vorgänger war ja super. Und auf das Marketing. Das ist halt das Ding. Siehe dir Blade Runner und die Fortsetzung an aus den 2010ern. Beides großartige Filme, beide Flops an der Kasse. Obwohl sie von Kritikern gefeiert wurden und auch im Nachhinein zu Kultfilmen avancierten. Und insgesamt gut sind. Aber an der Kinokasse gefloppt. Und ich sage, Furiosa ist kein schlechter Film. Er ist einfach nur kein Mad Max, weil er einfach sehr viel langsamer ist. Sehr viel ruhiger ist. Und sehr viel mehr Worldbuilding betreibt. Aber was mich einfach stört... Vielleicht wollen die Leute einfach kein Worldbuilding in einem Mad Max-Universum. Naja, und umso schlimmer ist ja, dass der Godzilla vs. King Kong, glaube ich, der erfolgreichste Film dieses Jahr in Deutschland an den Kinokassen ist. Oder insgesamt weltweit. Hervorragend. Ja. Und das ist ja ein hochgrunddummer Film. Ja. Ja, was ich auch so schade finde, ist im PC-Spielbereich, dass Hellblade 2 komplett untergeht. Also, aber auch nicht mal einfach nur nicht so ganz so gut wie erhofft, sondern der ist unter ferner Liefen. Da weiß man jetzt noch nicht so ganz, was im Game Pass, ob der über den Game Pass einfach sehr oft gespielt wird. Das verfälscht vielleicht die Ergebnisse. Aber insgesamt sind die Ergebnisse eine Katastrophe. Wobei ich aber auch sagen muss, ich habe auch keine Werbung gesehen für das Spiel. Genau. Die haben Werbung für das Spiel erst gemacht, nachdem das Spiel eine Woche draußen war. Jetzt sehe ich Werbung. Im Internet sehe ich kaum Werbung. Ich bin offensichtlich nicht im Targeting für die Zielgruppe. Aber jetzt sehe ich irgendwie Bandenwerbung und sowas. Das sehe ich aber erst, nachdem das Spiel draußen war. Als es dann irgendwie hieß, so, ja, hier Hellblade, die Verkaufszahlen sind schlecht, habe ich gedacht, ist er schon draußen? Ja. Das liest man total oft. Ich habe, glaube ich, vier oder fünf Tage nach dem Release erst mitbekommen, dass das Spiel da war. Ja, weil der Maurice Weber hat auch, Shoutout mal wieder an dieser Stelle, hat eben auch gesagt, dass er das super irritierend findet, weil das Spiel wirklich gut ist. Aber er hat auch gesagt, er hat überhaupt keine Werbung oder PR-Kampagne für dieses Spiel mitgekriegt. Und das findet es extrem bedauerlich, dass dieses Spiel quasi vom Publisher, der ja dann dafür eigentlich zuständig ist, so verhungern gelassen wird, medial. Ja. Also, keine Ahnung. Ja, es ist Microsoft, also momentan schließt Microsoft da ganz viele Studios, die gute Spiele und nicht so gute Spiele abliefern. Wahrscheinlich ist es einfach so, dass sie gesagt haben, die haben sie irgendwie, äh, keine Ahnung, haben sie schon für sich abgeschrieben und gesagt, ja, komm. Ja, ist natürlich, dann kannst du ein bisschen Aluhut aufsetzen und sagen, ähm, die brauchen nur noch einen Grund, das Studio zu schließen. Und, äh, wenn man das Spiel dann nicht bewirbt und das Spiel dann floppt, dann, ähm, hast du halt auch wenig Argumente auf deiner Seite, um das Studio zu erhalten und dann ist okay. Aber apropos Studioschließung und Aluhut, äh, da kommen wir eigentlich zu dem Hauptthema, was wir, was uns heute so ein bisschen beschäftigt. Ja. Gestern, beziehungsweise vorgestern, am, äh, am Montag, den, äh, den dritten Juni 2024 gab es eine Pressemitteilung von Steamforged Games, aber auch von Private Press. Ja. Und zwar, ähm, bin ich zuerst über die Steamforged-Meldung gestolpert und hab dann auf Suche mich gemacht, natürlich auch bei Private Press, und da war die dann tatsächlich auch zu finden, allerdings nicht dieselbe. Was ich witzig finde, weil oft hast du bei, wenn es um Themen wie das jetzt hier geht, dieselbe gemeinsam verfasste PR-Erklärung, ähm, auf beiden Plattformen. Also, in dem Fall, in unserem Beispiel jetzt Steamforged und Private Press, das ist hier nicht so. Die haben unterschiedlich kommuniziert. Und zwar, hat Private Press, äh, hat Steamforged Games angekündigt, ähm, dass sie die, ähm, War Machine-Produktreihe, ähm, und alles, was dranhängt, von, äh, Private Press übernommen haben. wörtlich heißt hier, we have acquired the incredible Iron Kingdoms universe from our friends at Private Press. Da gehört nicht nur War Machine rein, da gehört auch ihre Farbreihe P3, das, und das Iron Kingdoms Rollenspiel rein, und vieles mehr. Also, auf dem Bild hier ist noch abgebildet Riot Quest, ist die Mini-Crate, Hordes, na gut, okay, das gibt's realistisch nicht mehr. Dann so Sachen wie Lock and Load, ähm, The Under City, das sind halt alles so Sachen, die eher so ein bisschen eher im Limbo hängen. Was ich spannend finde, Warcaster Neomechanica ist mit dabei, ähm, also der Science-Fiction-Ableger quasi. Und all das jetzt, ähm, ist, äh, gehört jetzt Steamforged Games. Ähm, dann geht's in der, in der Pressemitteilung so ein bisschen weiter mit, ja, alles super, tolle Spiele, große Fanbase, und, ähm, mega gut. Ähm, genau. We're teaming up to make sure your experience with these games is better than ever. Also, hier sprechen sie auch von einer Partnerschaft mit Privateer Press und, ähm, und sie, dass sie zusammenarbeiten werden und die Linien weiterentwickeln und neue Designs machen. Steamforged, ähm, werden, ähm, ähm, dabei vor allem wohl ihre Distributions- und Produktionserfahrung reinbringen, wo sie einfach gefühlt besser sind als Privateer Press. Natürlich, weil sie auch durch ihre Kickstarter und ihre Brettspielnummern ein Distributionsnetzwerk haben, was sehr groß ist und, ähm, sehr, auch einfach Großprojekte an den Mann bringen können. Wobei ich natürlich auch da sagen muss, ähm, sehr, sehr viele Backer von sehr, sehr vielen Steamforged Kickstartern oder generell sehen das auch ein bisschen anders. Also, die haben keinen perfekten Ruf Steamforged. Ist das so? Also, ich weiß ja, dass einige Leute wegen Guildball, äh, die, ein kleines, der Nachruf da nicht so gut ist auf Steamforged, wobei, ähm, also, weil die Idee eingestellt haben, da heißt es, dass sie ihr erfolgreichstes Spiel eingestellt haben, wobei ihr erfolgreichstes Spiel war, glaube ich, das, äh, Dark Souls-Brettspiel. Ja, nee, war einfach nicht. Also, Guildball war, also, ich bin auch der Meinung, Guildball hat eine sehr aktive und sehr, ähm, bisschen, ich bin jetzt gemein, elitäre Fanbase, ähm, war aber, glaube ich, in einer Sackgasse. Ähm, tatsächlich, das war so ein bisschen, das haben sie ja damals so kommuniziert, nach dem Motto, das Spiel ist nicht mehr einsteigerfreundlich genug gewesen. Mhm. Und du hast zu wenig neue Spieler da reingeholt. Du hattest eine Base, die hat gut funktioniert, und, ähm, aber davon, das ist ein bisschen das Warhammer-Fantasy-Problem am Ende des Tages auch, das generiert nicht mehr genug Umsatz, um das Spiel lohnenswert zu halten. Und Steamforged haben halt damals auch gleichzeitig ihre Kickstarter-Projekte und ihren stärkeren Brettspiel-Fokus äh, ins Zentrum gestellt. Und da ist Guildball dann halt hinten runtergefallen. Jetzt können sie halt sagen, sie haben die Regeln, sie haben eine Community, sie haben Sachen, die sie als STL anbieten, was für sie viel weniger Aufwand macht. Ähm, jetzt, das jetzt wiederzubringen, war ein cleverer Move. Zumal sie heute, glaube ich, wieder ein Errata-Update oder ein Update wieder rausbringen. Also, die sind da jetzt schon wieder dran. Man kann ihnen nicht vorwerfen, dass das so war, wir werfen das einmal raus und dann take it, sondern die machen immer wieder Updates jetzt gerade raus. Also, kann man machen. Ich bin, ich bin jetzt bei Guildball aber nicht so tief drin, um zu wissen, ob das wirklich vernünftige Updates sind oder so ein, so ein Feigenblatt, ne, nach dem Motto, wir machen mal irgendwas irgendwie, aber gehen sie nicht an. Sie machen tatsächlich, ich hab das letztens mal gesehen, da war relativ umfangreiche Einheiten-Profil-Erratas auch drin. Ah ja, okay. Also, die haben da schon in einem der früheren Updates relativ viel gemacht. Also, es ist nicht so, dass das Spiel nicht betreut wird. Es gibt viele Spiele, zum Beispiel das letztgenannte Mercs, von dem wir es hier mal hatten, wo ich mir diese Aktivität wünschen würde. Sagen wir es mal so. Okay. Ja. Ja, also, und dementsprechend, genau, Privateer Press oder Steamforged Games sind sehr optimistisch und sagen natürlich, genau, sie übernehmen den Verkauf ab sofort. Ja. Also, auf ihrer Website wird es einen Privateer Press, also früher Privateer Press, also War Machine Store Bereich geben. Ab Ende der Woche wird das passieren irgendwie, Genau, ab Ende der Woche. Privateer Press haben ihren Shop auch schon geschlossen. Ja. Also, nehme ich an, dass Steamforged auch einfach alle übrigen Produktbestände einfach aufgekauft haben. dass da jetzt im Moment Container von A nach B bewegt werden und dann eben da in deren Lagerlogistik übernommen werden. Genau, sie übernehmen Existing Orders, also, alle Orders, die noch auf dem Orderbuch von Privateer Press liegen über ihren Online-Shop, das ist nicht so viel. Also, wir reden hier nicht von so Sachen wie dem Monpock-Kickstarter, zu dem wir später noch kurz kommen müssen. Aber die Sachen werden verschickt. Nur jetzt halt etwas verspätet von Steamforged. Ja, aber das heißt ja, dass das ein bisschen mehr ist, als wir machen Team-Up und machen da jetzt zusammen weiter, wenn die einfach mal auch die ganzen ausstehenden Lieferungen übernehmen. Nee, realistisch gesehen, also, ich kann mir vorstellen, dass Privateer Press da drin bleiben und vielleicht ein angeheuertes Designstudio werden. Genau. Dass sie, genau, weil Privateer Press, das ist das Interessante gewesen, deren Presseerklärung liest sich so ein bisschen anders. Die erklären zwar, dass sie an einer Veränderung stehen und, ähm, dass sich Dinge ändern müssen, bla bla bla, wir waren, alles war gut und wir haben viel erreicht, was man ihnen zugestehen muss. Sie waren lange ein sehr großer Player, man muss aber auch zugestehen, dass sie auf dem absteigenden Ast sind, seit Jahren. Man kann auch sagen, sie haben aktiv falsche Entscheidungen getroffen. Ja. Damit sie jetzt da sind, wo sie jetzt sind. Genau. Und dann, also, we have always embraced change. Also, wir haben immer den Wandel, waren wir immer offen gegenüber. Und genau, deshalb haben wir jetzt, ähm, werden wir unsere Firma redefinen und neu ausrichten. Ähm, genau, auch hier wieder Steamforged Games hat alles aufgekauft, bla bla bla. Privateer will continue to partner with Steamforged Games to develop War Machine, The Iron Kingdoms, RPG and future products based on the vast intelligence property library. Ähm, Privateer will also continue to manufacture models while working with Steamforged Games. Ähm, genau, und to expand the materials the products are offered in. Ähm, und die, die Verfügbarkeit. Also, sie wollen nicht nur, sie wollen die IPs weiterentwickeln, was okay, nachvollziehbar ist, weil das Design-Team natürlich bei Privateer sitzt und auch die Expertise. Und War Machine ist ein Spiel, was in der Betreuung sehr viel Expertise braucht. Die hast du natürlich bei Steamforged teilweise auch, weil das Ex-War- und Ex-Privateer-Mitarbeiter sind. Ja, genau. Oder Ex- und Ex-War Machine-Community-Leute, äh, gerade im Kern des Unternehmens. Also, von daher, der Fit ist schon da. Aber Privateer Press wollen wohl erst mal mit an Bord bleiben. Wo ich, ähm... Wollen, ist die Frage, ob sie das auf Dauer dann auch noch können. Genau. Und der Punkt ist halt, beim Brückenkopf wurde kommuniziert, dass das so, ich lese den Kommentar hier mal kurz vor, ähm, bla bla bla, ähm, der war relativ weit unten, der, und zwar wurde da eine, ähm, Website zitiert, ähm, und der kommt zu dem Ergebnis, dass Privateer Press kein Geld mehr hatte. Das klingt schlüssig, das verstehe ich, das sehe ich auch so. Ähm, und der kommt zu dem Ergebnis, dass es sich um eine sogenannte Sale and Lease Back, äh, Transaktion handelt. Sale and Lease Back heißt, du verkaufst was, was dir gehört, und mietest es, mietest es dann wieder zurück. Ähm, um quasi, du kannst zum Beispiel in der Fabrik, die du hast, wenn du aber kein Geld mehr hast, kannst du die an jemanden verkaufen, ähm, und, ähm, sie dann mieten. Du kannst dann quasi mit, erst mal weitermachen wie bisher, nur, dass du, ähm, erst mal eine Kapitalspritze kriegst, mit der du nach Möglichkeit sinnvoll arbeiten solltest, weil du natürlich ab da gestiegene Kosten hast, nämlich die Miete, ähm, oder die, die Gebühren, die du halt zahlst. Ähm, das ist eine nette Herangehensweise, ähm, aber das sehe ich nicht so, tatsächlich. Ich habe das schon beim, ähm, ich habe das schon, als das verlinkt wurde bei uns, gesagt drunter, dass ich das nicht so sehe, weil mir all dieses, von wegen, ähm, Steamforged übernimmt den Shop, ob Steamforged wird Teile der Produktion in ihre Systematik eingliedern, das ist kein Sale and Lease Back mehr. Das ist einfach, das ist viel mehr als das. Und auf dieser, auf dieser verlinkten Webseite, tatsächlich, ähm, kommt dann am 4. Juni ein Update, ähm, und es liest, da steht dann, es liest sich teilweise so, als ob Privateer Press künftig eher eine verlängerte Werkbank von Steamforged Games werden könnte, und da sind wir, glaube ich. Ja. Das gehe ich, das gehe ich mit. Ja, das sehe ich, dass im Endeffekt, äh, die ganzen War Machine und die ganzen Lizenzen sind einfach alles unter dem Haus Steamforged Games und sind, Privateer Press ist jetzt ein externer Dienstleister, der daran arbeitet, der aber auch ausgetauscht werden kann. Genau, die aber auch ausgetauscht werden können jetzt, theoretisch von Steamforged, wenn sie sagen, das läuft nicht mehr gut. Ja, genau. Und was ich auch spannend finde, ist, was später, ähm, bei uns auch kommuniziert wurde mit dem Brückenkopf, ist, dass Doug Hamilton, ähm, offensichtlich der letzte war, der davon erfahren hat, gefühlt. Und Doug Hamilton, genau, also, war nicht Teil der, dieses Prozesses und er hat halt einfach erfahren, dass das kommt. Und jetzt muss man wissen, dass Doug Hamilton der wahrscheinlich wichtigste Modelldesigner für Privateer Press ist, seit Jahren. Ähm, ganz viele der neuen Modelle, auch gerade die ikonischeren Designs, sind von Doug Hamilton modelliert worden. Und, ähm, sagen wir mal so, ähm, ohne Doug Hamilton, weil er sagt auch, dass seine Zukunft noch nicht so ganz geklärt ist, ähm, wäre Privateer Press als Designstudio nicht mehr so viel wert für Steamforged. Ähm, weil man diesen gesamten, diese gesamte Modelldesign-Expertise, also Regeln ist ein anderes Thema, aber Modelle, das kann man schon relativ stark auf seine Person runterbrechen. und wenn sie zum Beispiel, wenn der zum Beispiel jetzt einfach sagt, er wechselt direkt zu Steamforged Games, dann hat Privateer Press schon mal einfach einen Pfund weniger, mit dem sie in Verhandlungen mit Steamforged arbeiten können. Ist ja sowieso sehr fragwürdig, wenn er so kurz, also ich meine, es ist ja oft so, in größeren Unternehmen, dass die normalen Angestellten sehr spät von solchen Änderungen erfahren. Wahrscheinlich oft aus Angst, dass irgendwas vorher geleakt wird und das Geschäftssteil. die kriegen wahrscheinlich auch die Pressemitteilung, wenn sie rausgeht. Genau, jetzt ist aber Privateer Press kein großes Unternehmen mehr. Ich weiß nicht, wie viele Leute da arbeiten, aber das wird ein Unternehmen sein, das bestimmt maximal 50 Leute hat. Maximal. Wahrscheinlich eher weniger. Ja, ich hätte es auch gesagt, zweistellig, ja. Ja, aber auch eher im niedrigen zweistelligen Betrag, glaube ich auch. Und wenn da, also da sind, oder sollten ja normalerweise dann sind die, sind die, also bei so einer großen Firma ist die Kommunikation meistens ein bisschen enger mit den Leuten, gerade wenn es um so einen Lead Designer geht. Und wenn der erst eine Woche oder zwei Wochen vorher, bevor das alles in Tüten ist, beziehungsweise vor der Pressemitteilung es davon erst mitbekommt, ist das natürlich sehr, sehr fragwürdig, ob er Teil des Deals ist, was mit den Angestellten passiert oder inwiefern. Also da geht es ja dann nicht nur darum, ob die Leute Teil des Deals sind und weil ganz normal weiterarbeiten können für die Firma, die jetzt wohl der Dienstleister für ihre eigene IP sind, die ihnen nicht mehr gehört oder ob die sich so umstrukturieren müssen, um dann die Leute zu kündigen. Es geht natürlich auch, aber auch bei so einem Menschen, der auch ein Künstler ist und auch so eine schöne Position hat, ein bisschen wahrscheinlich um die Irgo-Geschichte, ob der dann jetzt euch auch sagt, ihr habt mich da nicht involviert, keine Ahnung, ob ich jetzt noch bleibe. Ja. Also die haben es jetzt, egal was da passiert ist und egal was da passiert, haben Private Press es sehr, sehr schwer, glaube ich, jetzt diese Person zu halten. Ja. Also sie haben einfach selber kaum noch Entscheidungsbefugnisse im eigenen Haus, weil sie halt auf Geheiß von Steamforged Games im Zweifelsfall arbeiten. Die können ihnen im Zweifelsfall sagen, das passt uns nicht, macht das anders. Und ja, es wird insgesamt spannend zu sehen, wie lange Steamforged einfach sagen, diese Deal, diese Partnerschaft ist für uns sinnvoll. Ja. Und wenn die irgendwann zu dem Ergebnis kommen, da wird auch sicherlich eine wichtige Rolle spielen, ob es gelingt, War Machine Mark IV schnell zu dem Erfolg zu machen, den es sein muss. Weil ich glaube, Mark IV läuft viel schlechter als es müsste. Das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Warcaster, Neomechaniker läuft einfach gar nicht, weil das Spiel von Private Press komplett versenkt worden ist. Ja. Und die müssen jetzt schnell einen Weg finden, Modelle rauszubringen. Die müssen eigentlich die Preise senken. Die Verfügbarkeiten. Die Verfügbarkeiten in den Griff kriegen. Und in meinen Augen muss sowas wie die, müssen alle, müssen Sachen wie Profilkarten, und alles, das muss alles kostenlos, alles ins Netz, dieses, also die maximal Hürden abbauen, um möglichst viele Leute wieder in dieses Spiel reinzubringen. Private Press ist mit Horts und War Machine einfach nicht mehr der Games Workshop Konkurrenz, die Konkurrenz, der sich das Games Workshop gebaren und das Vertriebsmodell leisten kann. Ja. Was sie seit den 2000ern im Endeffekt führen. Ja. Das ist, denke ich, auch ein ganz großes Problem. Also würde ich jetzt eine Kristallkugel irgendwie haben und ich denke, dass Steamforge Games das versuchen, jetzt eine größere Reichweite zu haben und mehr Leute zu haben, würde ich fast sagen, das könnte der Weg sein, dass sie Regeln kostenfrei machen werden und dass sie vielleicht, weil Steamforge Games ist jetzt keine Firma mehr, die Metall, Resinen und Plastikfiguren herstellt, sondern in PVC produzieren lässt. Ich könnte mir vorstellen, dass, also weil die Guildball-Sachen sind ja auch mittlerweile in PVC gelandet und weil War Machine, ja, ich weiß, War Machine wurde dann zumindest nach meinem Wissen in MK3 und MK2 irgendwann eher auch dann fast als Massensystem benutzt, aber eigentlich im Kern ist es ja ein Skirmish-Spiel, dass sich halt solche PVC-Boxen anbieten. Ja, der Punkt, den ich da sehe, ist, dass die neuen Designs für MK4, die sind alle für 3D-Druck gemacht worden und die funktionieren als PVC-Modelle nicht. Die müsstest du maximal zerlegen, teilweise, um die Hinterschneidung in den Griff zu kriegen, die du natürlich nicht hast. Auch haben Private Depress sich ja endlich abgewöhnt, diese ganzen Doppelungen und Dreifachungen in den Einheiten zu machen. Das heißt, du hast endlich individuelle Posen. Das ist im 3D-Druck cool. Aber wenn du jetzt wieder zurück zu einem Formgussverfahren gehen möchtest, ist es ein Nachteil, weil du dann wieder entweder sagst, du musst Teile der Sculpts einfach rauslassen oder du musst mehr Formen machen. Und ich weiß, da würde mich die Kompatibilität einfach langfristig auch interessieren. Das ist halt die Frage. Also es ist auch die Frage, was Steamforge Games mit, ich sag jetzt einfach mal War Machine für all diese Spiele. Ja. Also was Private Depress mit der Marke, mit War Machine, äh nicht Private Depress, sondern Steamforge damit vorhat. Weil sie können's ja nicht einfach so laufen lassen wie bisher, weil es hat ja einen Grund, warum die, also jetzt ist Steamforge auch nicht die größte Firma der Welt. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass die Eigen-Kingdom-Lizenz relativ günstig zu haben war. Ja. Relativ günstig zu haben war. Das heißt, so weiterlaufen wie bisher scheint ja eher gegen die Wand zu fahren. Das heißt, sie müssen sich ja Gedanken machen, wie sie das ganze Ding profitabel machen. Mhm. Und selbst wenn sie sich überlegt haben, sie wollen das Ding wieder verkaufen, muss das Ding ja erst profitabel gemacht werden. Und so, das heißt, sie müssen ja Sachen ändern. Und jetzt ist die Frage, ob sie sagen, alles klar, sie investieren da relativ wenig Energie in das eigentliche Spiel War Machine und Hards, beziehungsweise das ist jetzt ein Spiel, und sagen, wir nutzen einfach jetzt die Lizenz und machen daraus Brettspiele, weil das einfach deren Expertise, Hauptexpertise ist, mit ganz vielen Erweiterungen. Oder ob sie den Guild Ball-Weg halt gehen, dass sie dann sagen, gut, wir werden die Modelle austauschen gegen etwas, was weniger Hürden liefert. Dass du zum Beispiel, also was ich mir zum Beispiel, also völlige Kristallkugel, aber wenn sie diesen Weg gehen würden, dann könnte man zum Beispiel einfach sagen, dass man die Spielgröße weiter reduziert und dann zum Beispiel sagt, dass man wie bei den Mannschaftsboxen für Guild Ball größere, etwas größere, aber trotzdem in sich geschlossene Armeeboxen für quasi die einzelnen Fraktionen rausbringt, die dann aber quasi halt als Out-of-the-Box spielen zum Beispiel macht, was dann eher in Richtung dieses Brettspiel-Ding ginge. Aber ich bin wirklich gespannt, wie es da weitergeht und ich bin gespannt, ich glaube, dass sehr viele Sachen, die auf diesem großen bunten Bild hier stehen, diese ganzen Logos, dass davon drei Viertel wegsterben werden. Ja, also viele davon existieren ja schon gar nicht mehr. Grind zum Beispiel ist ein Spiel, das kam vor fast 15 Jahren raus. Ja, ist ewig alt. Das Lizenz, der überhaupt noch also da aufgelistet wird, ist schon... Ja, es ist halt eine Marke, die noch dranhängt. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie Riot Quest wieder ins Spiel bringen, weil das eigentlich als Brettspiel genau ihr Ding ist. Ja. Das könnte ich mir vorstellen. Iron Kingdoms ist so ein Ding, das Rollenspiel, ich glaube, da kannst du tatsächlich Privateer Press dran setzen und sag, macht mal. Weil da passiert ja nicht viel. Das ist ja Produktionskapazitätsmäßig auch überschaubar. Da kann man dann Bücher drucken und so. Das ist alles gut. Hier und da mal eine Figur rausbringen, ist auch fein. Macht ihr das? Ja. Und dann hast du Warcaster und War Machine und da bin ich gespannt. Also mich würde massiv interessieren, ob Warcaster nochmal eine Chance kriegt. Ich würde mir es wirklich wünschen, weil ich das Spiel sowohl von den Ansätzen als auch von den Modellen her damals wirklich toll fand. Ja, ich erinnere mich, du hast dir angetan. Ich bin einer der wenigen Fans gefühlt von diesem Spiel und mich, hat wirklich nur dieser Preis abgeschreckt. Der hat mich übrigens auch bei War Machine Mark IV immer abgeschreckt. Aber überleg mal, also wenn wir dieses Vertriebsmodell nehmen würden, wenn sie es machen würden, mit diesen Plastikboxen, Vorbild Games Workshop wieder Kampfpatrouillen-Systemen. Ja, dass du sowas wie Spearhead zum Beispiel, diese Spearhead-Nummer, genau. Du hast das, du brauchst noch Army-Building mehr. Genau. Du spielst mit den Spearheads gegeneinander. Das wäre ja zumindest mal eine Maßnahme. Ich glaube, die ganzen, also man muss realistisch sein, die ganzen alten War Machine Fans würden in dem Moment das Spiel verlassen. die würden in dem Moment sagen, das war's. Aber die bringen auch so viel Geld. Genau, das ist so ein turnierfokussiertes und kompetitives Spiel, wenn du das innen nimmst, den Armeebau und diese Taktik mit den vielen Warcastern und den auf die Warcaster zugeschnittenen, spezialisierten Einheiten und all das. Also War Machine war ja ein Spiel, wie wenige andere Tabletops, was gefühlt davon gelebt hat, das ist ja schon im Armeelistenbau und im Matchmaking entschieden worden teilweise das Spiel. Und wenn du das in der Community nimmst, wirst du A, einen Riesenaufschrei kriegen und B, sehr viele Leute, die sagen, ja gut, dann spiel ich halt Mark II mit meiner Sammlung. Aber die Frage, verkraftest du das und sagst, das ist okay. Wenn du überlegst, alles klar, ich will als Zielgruppe die Brettspielindustrie haben und offensichtlich hat Steamforged Games da ja nun einen Erfolg gehabt und sagen, mit der Marke können wir neu aufbauen und können da komplett neue Zielgruppen aufbauen mit dem, was wir haben. Und wenn du halt die Marke hast, dann hast du ja nicht so ein hohes Invest, was Neues aufzubauen, weil da halt schon viel existiert von Lore, von Designs, allem drum und dran. Und dann sagen, okay, dann verkraften wir einfach den Wettgang, Wettgang der alten Profis aufgrund der Tatsache logischerweise, weil, naja, die haben es ja offensichtlich nicht mehr getragen. es wäre ein bisschen wie damals, als aus der Warhammer Fantasy Battles Community die Age of Sigma Community entstanden ist, langsam absichert, denn ich glaube, da gibt es bestimmt Überschneidungen, aber ich glaube, sehr viele, die Age of Sigma Community, die rekrutiert sich bei weitem, nicht nur aus Leuten, die damals Warhammer Fantasy Battles gespielt haben. Ganz genau. Ganz genau. Das sehe ich genauso. Also ich bin gespannt, was da kommt. Wir haben jetzt alle keine Einblicke, das heißt, wir können auch einfach nur schätzen, was das sein mag. Die Glaskugel, immer ganz großer Disclaimer davor. Ja. Aber ... Und weil es aber so schön ist, werfe ich die Glaskugel noch einmal an. Oh. Ich prophezeie eine weitere Akquisition durch Steamforged Games. Und zwar Monster Apocalypse. Mythic Games sind am Ende. Mythic Games werden nicht mehr lange existieren. Auch das glaube ich, damit gehe ich heute mal public. Das ist auch nur eine Prognose, aber ich glaube, denen geht es so schlecht und die sind so am Kämpfen und die haben auf Monster Apocalypse einfach überhaupt keine Lust mehr, das durchzubringen. Selbst wenn sie sagen, die bringen diese Firma weiter, dass die werden keinen Bock haben. Genau. Monster Apocalypse war ja eigentlich eine Privacy Press-Geschichte. Genau. Dann haben die sich mit Mythic Games zusammengetan für einen Kickstarter, um das Spiel quasi aus PVC und für eine breite Masse unters Volk zu bringen, zu günstigeren Preisen und so weiter. Und ich sag halt, A, Mythic Games wollen da garantiert raus, weil sie keine Option haben, das jemals auszuliefern. Also ich als Banker mache mir da auch wenig Hoffnung. Und es ist ein Brettspiel mit PVC. Das ist genau, was Steamforged Games kann. Und Steamforged Games haben, glaube ich, schon eine Stellungnahme zum Thema Monster Apocalypse angekündigt. Tatsächlich? Okay. Es wurde in irgendeinem Facebook-Kommentar wurden sie gefragt, was denn mit Monpock ist und da hieß es so ein bisschen nebulös drunter. Ja, mal abwarten, vielleicht äußern wir uns dazu noch. Okay. Das, also, das finde ich, wäre von allen Private-Deprass-Spielen das gewesen, was am besten und am direktesten zu Steamforged passt. Das finde ich sehr interessant. Ja, und da wäre es dann natürlich spannend, würden sie die Kickstarter-Obligations übernehmen, woran ich wieder mal nicht glaube, aber man kann ja hoffen. Das würde ich mir nicht als beinhäften finden. Würde ich das akquirieren, ich würde mir das nicht als beinhäften. Nee, ich mir auch nicht. Wobei die Marke natürlich auch bis dahin hart verbrannt ist. Ja. Also, wie bei vielen Sachen von Mythic, weshalb ja vieles von Monument und so weiter übernommen wurde. Zum Beispiel auch der Spiel, das nachdem benannt ist. Ja, ja, Monolith meinst du, ja. Genau, ja, ja. Mythic Battles, ja. Ja. Also, ich bin gespannt, aber da wären wir wieder beim Thema von eben. Kaijus und große Monster, die sich in Städten schlagen und alles in Schutt und Asche legen, das ist ein Thema, das ist ein Evergreen. Das geht immer. Und Monpok ist ein gutes Spiel. Ich hab Monpok schon ein, zwei Mal gespielt. Es ist ein wirklich gutes Spiel gewesen. Und dementsprechend die Regeln stehen, die Fraktionen stehen, die Designs stehen, vielleicht sogar Teile der Produktion, schon angelaufen. Da würde ich mich jetzt nicht drauf festlegen, aber ich glaube, das wäre was, wo Steamforged wirklich nochmal logisch als Übernahmekandidat im Spiel wären. Und Mythic Games wären wieder eine Sorge los und könnten vielleicht tatsächlich nochmal als kleines Studio versuchen, wisst ihr was, wir versuchen es nochmal. Vielleicht benennen wir uns sogar um. Vielleicht müssen sie es ja machen, wie Arkon Studio vorher, Prodos. Ja, Prodos, genau. Redet eigentlich noch jemand über Prodos. Ich glaube nicht. Arkon Studio haben den Turn echt geschafft. Ja, total. Und ich meine, die haben jetzt einen sehr guten Leumund in jeglicher Hinsicht. Ja, sind auch eine der besten Produktionsfirmen in Europa, ist einfach so. Die machen guten Kram. Ja. Ist so, man. Ist so, man. Ist so. True Story. Apropos, wo wir gerade bei irgendwelchen Ankündigungen waren und Firmen dicht machen, ich habe dir gestern was zugeschickt, ich habe was angezeigt bekommen von ScaleColor, die ein Statement gebracht haben, dass sie den Gerüchten entgegen gehen wollen, dass sie dicht machen. Irgendwie sind wohl Gerüchte im Umlauf, dass ScaleColor wohl kurz davor sind, das Geschäft zu schließen. Und deswegen haben sie sich genötigt gefühlt, ein offizielles Statement dazu zu bringen. Ja. Jetzt haben wir gestern und heute mal geguckt, weil uns das überhaupt nicht bekannt war, was für einen Grund kann das haben? Und ich habe auch mal in einer Community mal nachgefragt, niemand weiß, wovon die reden. Gut, wir haben jetzt auch nicht alle Einblicke, aber wir wissen das nicht, wir konnten das jetzt auf die Stelle nicht recherchieren und die Leute, von denen ich die kenne, die Ahnung haben, wissen es auch nicht. Nee, und ich habe auch, wir haben uns daraufhin ja auch mal so ein bisschen, also einen uns überlegt, woran könnte das liegen? Ein Faktor ist wahrscheinlich, dass Scale Games sehr, sehr, oder das Scale Color und Scale Games, wie sie alle heißen, ist ja alles eins, dass die sehr viele Kickstarter parallel noch in der Auslieferung haben, was eine Red Flag ist, auf jeden Fall. Und dass sie gerade einen aktuellen, einen Kickstarter laufen haben, der läuft übrigens auch heute noch, während ihr diese Podcast-Folge natürlich an Tag 1 hört. und zwar ist es die Games-Farben, ja genau, ihre Game-Colors. Ich hatte überlegt, mitzumachen, aber mit Versand und Zoll zahle ich dann fast sechs Euro pro Flasche. Und ich war zum Beispiel mit den Instant-Colors von Scale so unglücklich, ich habe mir da nicht mitgemacht, aber ich habe ein paar davon ausprobiert und ich finde die so mäh, dass ich Farben von, auch Farben von Scale inzwischen nur noch nach einem Test kaufe. Ja, also die Instant-Farben, ich hatte beim Kickstarter mitgemacht, ich war jetzt nicht so enttäuscht, aber ich habe auch eine andere Verwendungsmöglichkeit für die gefunden. Also für mich sind die einfach, ja sie wurden einfach falsch beworben, sie sind eine interessante Ink-Art, aber sie wurden ja als Contrast-Konkurrenz beworben. Genau, das sind sie halt einfach nicht, genau. Also die sind super, wenn du Lasuren und Inks und sowas machen willst. Also ich finde schon, dass die eine Berechtigung haben, aber nicht für das, wofür sie eingesetzt wurden, wofür sie verworben wurden. Die, hingegen die, dann hatten sie ja die Artist-Farben haben sie ja gestartert. Da kann ich nur Hand ins Feuer legen, die sind extrem gut. Ja, das sind, genau, das ist einer der letzten Kickstarter, wo die Auslieferung wohl im Moment bei ein, zwei Leuten immer noch nicht ganz alles angekommen ist, aber an sich ist der abgeschossen. oder vier Jahre her. Ja, ich bin hier mal, ich bin hier mal durch einen Laden gekauft. Ja, also das ist auch, das kann dann auch nur so ein klassisches Thema sein, dass da Adressen nicht gestimmt haben oder so, oder dass es irgendeinen Hiccup bei dem Versand gab. Aber genau, der ist, das ist wohl okay. Was es jetzt noch gab, ist, gut, Scale Digital, da gehe ich jetzt mal nicht drauf ein, aber es gibt noch diese Historics, Miniaturen und Farben mit diesen Comic, historischen Figuren. da sind sie wohl immer noch am Kommunizieren auch, dass der Shipping-Prozess noch several weeks in Anspruch nimmt und auch immer Leute schreiben, ja, ich habe immer noch nichts, aber das ist letzten Endes halt normal. Also es ist alles, es ist eine Firma mit sehr, sehr vielen Kickstartern, auch es gab auch diesen Battleground-Kickstarter mit Farben und Bases. Es gab auch die Airbrush-Farben. Jupp. Also insgesamt. One-One-Drop oder wie sie hießen, die Airbrush-Farben. Wobei ich jetzt, ich hatte mit dem, ich hatte mit dem Felix von Picker Pro gesprochen und der meinte wirklich, er hat die jetzt mal getestet, aber die sind echt gut. Ja, Scale haben ja auch keinen schlechten Ruf für ihre Farben. Ich verstehe deshalb, es kam für mich völlig aus dem Nichts diese Meldung, dass die irgendwelchen Pleitegerüchten entgegentreten müssen. Und ich habe, also inzwischen habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das einfach ein Communication-Failure von Seiten Scales war. weil, also Scale, was mir da aufgefallen ist, ist beim Recherchieren zum Beispiel, dass der Scale Kickstarter, der aktuelle, der mit den Game Colors, der ist auf der Zielgeraden, der läuft noch 52 Stunden in diesem Moment gerade. Er hat 63.000 Euro eingenommen von 45, ist also finanziert, ist 20.000 Euro knapp drüber. Und es gibt noch nicht ein Update in dieser Kickstarter-Kampagne. Es gibt nicht mal ein vielen Dank, wir haben unser Finanzierungsziel erreicht. Und es gibt 61 Kommentare insgesamt, in dieser gesamten Kampagne. Und das ist einfach zu wenig. Du musst, also du musst mindestens Updates bringen. Du musst den Leuten irgendwie sagen, übrigens finden wir cool und wir fangen, wir werfen hier schon die Planung an und super cool, dass wir die Finanzierung geschafft haben. Sowas, das geht nicht. Du kannst nicht als Firma die Kommunikation so schleifen lassen. Und das ist aber ein generelles Thema, was ich gefühlt bei sehr vielen von ihren Kickstartern hatte. Die haben alle sehr, sehr wenig Updates. Der Historix hat neun. Ja, aber nicht nur da. ScaleColor insgesamt ist eine Firma, die schwer in der Kommunikation ist. Kann ich so mal aus dem Licht aus dem Plaudern. Und deshalb habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich weiß gar nicht, ob es da wirklich massive Gerüchte gab. Weil wenn es massive Pleitegerüchte um eine Firma gibt, so überheblich bin ich jetzt, dann kriege ich die normalerweise mit. Und hier war einfach gar nichts. Auch auf ihrem Facebook-Account ist nichts. Und unter ihren Kickstartern hat niemand irgendwie die Frage gestellt, ich habe gehört, ihr existiert bald nicht mehr, kriege ich mein Zeug trotzdem noch. Ja, keine Ahnung, wo das herkommt. Also wirklich nicht. Aber da ist eine Meldung rauszuhauen, per Newsletter, per Facebook, unterschrieben vom CEO der Firma. Ja, also das ist so, das wirkt so ein bisschen wie entweder wir gehen jetzt, es gibt irgendwas und wir gehen der Sache voraus, falls irgendwas kommen sollte. Oder aber ein Mensch hat irgendwas geschrieben in einem Forum. Und wir reagieren völlig über. Genau, weil sie einfach kein dickes Fell haben. Eins von beiden wird es sein. Ja, und es kann halt das Problem, was daraus sich halt ergibt, ist, wenn du so eine Meldung raushaust und alle Leute, die bisher überhaupt nicht in diese Richtung gedacht haben, dass es mit Geld leben geben könnte, genau, die denken sich jetzt, oh scheiße, wenn die so eine Meldung raushauen, da wird ja trotzdem irgendwas im Busch sein. Und ich denke mir nur so, meine Perspektive aktuell ist, da ist überhaupt nichts im Busch. Das ist einfach nur ein Communication Failure auf ganz großem Stil. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass das für die jetzt eher ein Backlash bringen könnte, weil jetzt viele Leute sagen, dann kaufe ich ja nichts mehr von denen, weil wenn ich die Farben neu brauche, kann es sein, dass es die nicht mehr gibt, die Firma. Ja. Weil offensichtlich ist da gerade was im Argen. Ja, also ich verstehe es überhaupt nicht und also ich hoffe, dass es für Scale keinen Backlash hat, weil ich finde Scale ist eine Bereicherung für die, fürs Hobby. Und ich kenne ganz viele Leute, die schwören total auf die Farben von denen und es wäre total schade, wenn man jetzt, genau, der feine Herr hier, aber, und es wäre total ätzend, wenn das jetzt irgendwie negative Folgen für sie hätte, aber das ist wirklich was, da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Ich verstehe es wirklich nicht. Tja, keine Ahnung. Was ich aber verstehe, lieber Christian, sind Kommentare von unseren Hörern. Ja. Ich komme ein bisschen näher an die Kamera hier ran, weil ich würde gerne noch ein paar Kommentare vorlesen. Lies die mal mit deiner romantischsten Stimme. Spotify, romantischste Stimme, vielleicht kannst du ja schon mal gucken, ob du bei YouTube welche findest. Ich betätige mich suchend. Der Basti hat zum Beispiel geschrieben, danke für die Folge, hat mich die Rückfahrt vom WGT nach Stuttgart erträglich gemacht. Die Musikempfehlung, Dal Riada, ne, die Musikempfehlung, Dal Riada, machen Epic Hungarian Folk Metal. Oha. Klingt auf jeden Fall interessant. Absolut. Vielen lieben Dank für den Kommentar, lieber Bastiel. Dann hat Rick Henry geschrieben, ähm, ah, das ging zu Slay the Spire, wo ich darüber geredet habe, dass ich nicht wusste, wie sich der Schaden an dem Herz, wenn man einen Run geschafft hat, zum Schluss ergibt. Der Schaden am Herz berechnet zum Beispiel aus Punkten für jeden besiegten Gegner, Elite oder auch kleine, äh, oder auch gleiche Karten im Deck. Kleiner Spoiler, es gibt noch einen vierten Level, wird später freigeschaltet. Ja, da muss ich wahrscheinlich mit einem weiteren Charakter erstmal durchspielen. So, vielen lieben Dank. Eure Ams von Danny sind das Salz in der Podcast-Suppe. Als Alternative zu Slay the Spire solltet ihr euch mal Roguebook anschauen. Macht auch richtig Spaß. Was ist eigentlich mit dem STS-Brettspiel? Slay the Spire-Brettspiel. Stimmt. Nach dem, dazu muss ich jetzt nämlich sagen, nach dem letzten Podcast wurde ich sehr häufig darauf angesprochen, dass es ein Slay the Spire-Brettspiel gibt. Beziehungsweise ist es, glaube ich, ein Kartenspiel. Das ist, war, glaube ich, ein Kickstar. Das ging total an mir vorbei und das ist, glaube ich, noch nicht auf dem Markt im freien Handel, soll aber kommen. Ist aber ein Batzen, ne? Also, ich glaube, ich hatte es gesehen gehabt, das liegt, glaube ich, für ein reines Kartenspiel bei 150 Euro ist schon echt nicht ohne. Ja. In der Tat. uh. Also, wenn es ein in sich abgeschlossenes Ding ist und wirklich, und wirklich gut, dann würde ich sagen, jo. Genau. Soll im Juni kommen und, also jetzt diesen Monat soll es kommen und es, ich sehe jetzt gerade bei einigen Handeln, 120 kostet es. Ja. Zwischen 120 und 130. Ja. Spannend. Ach, ich tatsächlich, es ging total mehr vorbei, wurde, äh, finanziert via Kickstarter. Das fehlt natürlich nicht die Zeit dann, wann es, wann es finanziert wurde. Müsste ich jetzt in die Updates gucken, aber ich will die keine 60 Updates jetzt durchflügen. Ja, klar. Nun ja, auf jeden Fall, danke fürs drauf aufmerksam machen. Da könnte man durchaus mal reinschauen. Und, äh, Lowbucker hat hier noch geschrieben, immer wieder cool euch zu hören, mit den Musiktipps Milf und Shepard's Rain wurde auf jeden Fall mein Geschmack getroffen und danke eures Tipps sollten auch die Tage, sollten auch die Tage Half-Tilt bei mir eintreffen. Ja, Christian, du influenced hier. Ich influence sehr aktiv und ich warte auch auf meinen Half-Tilt immer noch. Also es geht jetzt, glaube ich, demnächst der Kickstarter tatsächlich dann irgendwann mal in die Post. Also ich rechne damit, dass es zeitnah irgendwann hier bei mir noch eintrudelt. Freue ich mich auch schon drauf. Ein paar Hobbits malen. Total gut übrigens an der Stelle malen. Ich darf wieder Auto fahren. Das war ja, ich, ähm, das war ja so ein bisschen ein Thema nach meinem, nach meiner kleinen gesundheitlichen Eskapade. Ähm, ich habe inzwischen mehr, mehrmals mich durchchecken lassen. Ich habe meinen Medikamentenspiegel dreimal nehmen lassen und ein EEG gemacht. Ich darf seit Ablauf des Dritten nach drei Monaten, was an meinem Geburtstag der Fall war, ähm, darf ich wieder Autofahren. Das heißt, ich gehe morgen Abend am Donnerstag nach Camp zum Hobbyabend und werde endlich wieder Figuren machen. Yeah, herzlichen Glückwunsch. Cool. Woo! Freut mich. Ja, mich auch. Und ich werde mir eine Pizza bestellen vor Ort. Es wird ein guter Abend. Es wird ein guter Abend. Sehr schön. Hast du noch einen netten Kommentar gefunden? Ja, ein paar. Es wird sich gewünscht, dass der Wechsel deines Druckerdisplays doch per Livestream übertragen werden soll. Von Gordon Baut 2785. Damit ich noch mehr zeigen kann, wie wenig Ahnung ich habe und was für ein Trottel ich bin. Und dass du währenddessen vielleicht an ein, zwei Stellen mal gottlos auf Mutter gehen kannst. Das wird auf jeden Fall der Fall sein. Da bin ich sowas von hart gottlos auf Mutter gehen. Ansonsten haben wir Spieltipps für dich. Und zwar von Timok. Der sagt, Ori könnte dir gefallen. Die beiden Ori-Teile. Die sind schöne Metroidvanias. Ja, und ich habe von denen auch schon gehört, selbst ich. Und die solltest du dir dann doch auch mal anschauen. Aber die sollen teilweise so emotional sein. Ich weiß nicht, ob ich das momentan verkrafte. Okay. Kuras wiederum sagt, dass er es witzig findet, dass du glaubst, jeder Charakter habe nur ein paar wenige Builds. Zum Beispiel sagt er, du sollst doch mal den Krieger defensiv spielen als eine der stärksten Möglichkeiten für den Charakter. Du brauchst Karten, die deinen Block effizient erhöhen, kannst dann mit einer Macht dafür sorgen, dass dein Block zu Beginn des Zuges nicht verfällt und mit einer Fähigkeit den steigenden Block immer weiter verbessern. Am Ende brauchst du nur noch den Angriff, der dem Gegner so viel Schaden zufügt, wie du Block hast. Das ist letztes Ball. Dazu muss man natürlich sagen, man muss dann auch die richtigen Karten dafür kriegen. Das stimmt. Das ist natürlich immer der Fall. Aber ja, also ich bin tatsächlich auch, ich werde mal wieder eine Runde Slay the Spire spielen, einfach nur, weil ich tatsächlich auch dieses Karten, ich finde solche, diese Kartenbaumechanik auch immer ganz, ganz cool schon. Total. Ich habe das Gefühl, ich kriege langsam eine Idee davon, wie das gut funktioniert. Geil. Aber danke auf jeden Fall für diesen Tipp. Und dann, ja, gab es Kritik an mich, auf die bin ich in den Kommentaren schon eingegangen. Schön, dass in den Zeitmarken vor den Spoilern zu Baldur's Gate gewarnt wird. Das hätte man vielleicht auch als Disclaimer in die Audiospur reinschneiden können. Genau, es handelt, ich finde, genau, also ich verstehe, dass man sich vor Begeisterung für eine Sache hinreißen lassen kann, aber ich finde, es handelt sich nicht nur um kleine Spoiler, sondern um einen entscheidenden. Ich weiß immer noch nicht, welcher das ist. Ich habe es versucht nachzuvollziehen, aber ich habe so ein paar Verdachtsmomente. Einen entscheidenden, der einen gedanklich in eine echt blöde Minute hektisch den Ton ausgedreht. Da hätte ich etwas mehr Feingefühl erwartet. Ich habe mich schon in den Kommentaren entschuldigt und falls, möchte es an dieser Stelle aber nochmal tun. Ich hoffe sehr, dass ich niemandem irgendwie einen Moment in Baldur's Gate dadurch versaut habe und doch zu viel verraten habe. Ich habe es versucht, ich bin vielleicht doch an ein, zwei Stellen ein bisschen hingerissen worden, aber Entwarnung an der Stelle, Baldur's Gate ist erstmal durch. Sehr gut. Ja. 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 Eine Frage noch, die können wir vielleicht mal einfach für eine zukünftige Folge aufgeben. Was gibt es im Zeitpunkt an interessanten Skirmishern, die mit Summoners, Guildball oder Moonstone mithalten können? Regeln sollten gratis sein. Ja. Genau. Da kann ich jetzt schon mal zwei sagen, die mir direkt einfallen. Das erste ist natürlich Infinity the Game. Ja. Wenn man es ein bisschen komplexer mag. Auf jeden Fall, ja. Trifft auf alles zu. Ja, unbedingt. Und das zweite ist, äh, ich weiß nicht, wie das heißt, vielleicht kannst du mir helfen. Das kommt von diesen Netherrealm-Leuten. Ja, das ist doch dieses, dieses, ähm, nicht Quake, nicht Quake, sag du es mir. Nee, du spielst natürlich auf Deathmatch an. Ja, natürlich. Deathmatch, äh, ja. Ähm, da kann ich den, den coolen Punkt vermelden, dass gleich vier oder fünf Neuheiten bei mir auf der Couch liegen in einem großen Paket. Die sind nämlich gestern per Post gekommen. Wir werden deshalb nächste Woche Neuheiten in den Shop aufnehmen. Und zwar zwei neue Modelle für die, ähm, ähm, Roboter und zwei neue Modelle oder zwei Packs. In einem sind zwei Modelle, in einem ist eins für die Menschen. Das ist in der Tat ganz cool, aber ich muss natürlich ehrlicherweise sagen, dass Deathmatch noch eine Weile brauchen wird, bevor es so groß ist wie Moonstone oder Summoners. In der Zwischenzeit bin ich tatsächlich so ehrlich und empfehle einen Konkurrenten. Ähm, ich weiß nicht, ob die Regeln komplett, doch, die Grundregeln sind kostenlos. Ich empfehle Deadzone von Mantek Games. Deadzone ist ein grandios gutes Spiel, ähm, mit einem kleinen Spielfeld, 60 auf 60 Zentimeter, ohne Abmessen, weil alles über Kacheln gelöst wird. Also Spielfelder. Genau, das ist ein in Segmente unterteiltes Spielfeld und es ist einfach nur wirklich ein wirklich gutes Spiel mit sehr, sehr vielen Fraktionen inzwischen zur Auswahl und das ist ein Tipp, den ich jedem mal zuwerfe. Das Deadzone und generell auch das Warpath-Universum von Mantek sind einen Blick wert. Und jetzt, wo bei Warpath auch die Nightstalker kommen, kann ich die endlich mal fertig machen hier oder endlich mal angehen, die Nightstalker, damit ich sie für zwei Spiele einsetzen kann, aber das wird nach den Barbaren passieren. Sogar für drei, weil die auch Regeln für Deadzone kriegen werden. Also wenn du sie, im Moment kriegen die nur Warpath, ne, Firefight-Regeln heißt es jetzt. Firefight, ja. Auch ein gutes Spiel. Und sie werden auch eine Armee-Liste für Deadzone kriegen. Dann kannst du sogar mit sehr wenigen Modellen schon losspielen. Also sollte sie ja wohl nicht auf Cynic-Bases packen, sondern Einzel-Basen. Ja, im Zweifelsfall kann man das im Zweifelsfall auch sicher, ja, doch, das stimmt. Aber das solltest du, also es kommt auf ein, also genau, wenn du sie nur für Kings of War nutzen möchtest, also wenn du sie auf Multi-Bases packst, mehrere Modelle auf eine Base, dann limitierst du den Einsatz, genau. Vielleicht kannst du sie auf Rund-Bases stellen und irgendwelche Adapter-Bases mit runden Aussparungen holen. Das wäre natürlich in dem Fall dann das Optimum, so ein bisschen wie es bei Conquest halt ist. Ich weiß nicht, ob ich da was lasercutten kann. Ach, da würde ich einfach mal gucken. Aber das ist jetzt erstmal ein Projekt, was die Barbaren, die gehen jetzt erstmal vor. Ich bin fast fertig mit allen zusammenbauen, also jetzt mit den extra Packungen und dann hole ich nochmal die alten Metallmodelle raus, die ich da von, von, ach, das Spiel, was du so toll fandest hier. Confrontation. 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 Confrontation, die ich mir damals dafür geholt habe und dann geht das, geht das rund damit. Sehr schön. Genau. Christian, ich glaube, wir sind am Ende angelangt. Unsere Themen sind leer, unsere Köpfe ebenso und die Zungen sind angeschwollen vom ganzen Gerede. Und mein Magen ist auch leer. Ja, ich habe auch Hunger. Es ist halb zwei und wir hatten beide noch kein Mittagessen. Ich glaube, da müssen wir ganz schnell Tschüss sagen. Ihr da draußen wisst ganz genau, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfiehlt ihn weiter. Bewertet unseren Podcast auf den Plattformen, auf denen ihr hört, zum Beispiel bei Spotify, bei Apple oder sonst wo, mit so maximal so vielen Sternen, wie es geht, vielleicht mit einem mehr, maximal Bewertung, beziehungsweise mit einem mehr. Empfiehlt uns gerne weiter, das würde uns freuen. Und wir haben vor, dass dieser Podcast irgendwann die Welt erobert. Aber bis dahin müssen wir uns erst mal kleine Biele-Ärnchen wachsen lassen. Und der nächste wird dann natürlich hoffentlich auch wieder pünktlich erscheinen, weil ich bis dahin spätestens wieder gesund sein werde komplett. Das kriegen wir. Das heißt, die Wartezeit auf den nächsten ist zwei Tage weniger auf den nächsten Podcast. Ist das nicht toll? Das ist unser Geschenk an euch. Ich sage Tschüss und überlasse wie immer Christian das letzte Wort. Das letzte Wort ist ja einfach guten Appetit da draußen und euch allen noch eine schöne Hobby-Rest-Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.